Lockup, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig. The Podcast, the Lockcast, the Podcast, which is of course absolutely well known in Brighton, where I spent the last week. Das ist halt auch wirklich so eine Sprache, da ist es schon schwer zu folgen tatsächlich. Auf Englisch denke ich, geht es schon noch ein bisschen. Ich denke, die meisten haben verstanden, worüber wir uns am Anfang unterhalten haben. Das ist auch kein Hexenwerk. Auf Französisch ist schon unangenehm, muss ich sagen. Es gibt ja so Sprachen, da kriegt man überhaupt nichts mit. Ich war mal zum Schüleraustausch, also als Lehrer. In Ungarn, schwierig, die hängen halt so die Konjunktion und so zum Teil an die Wörter dran. Also Galuschka-Wahl sind Nudeln mit, Wahl ist eben mit. Ja, oder also so Dinge, die man sich gar nicht herbei irgendwie zaubern kann oder herbei verstehen kann. Bin auf Toilette gegangen und dann stehe ich da vor der Toilette und dann steht da Nemüke Dick. Und Nemüke Dick heißt, funktioniert nicht. Und dann bin ich natürlich zurück zu meinem Tisch gegangen, wo alle anderen ungarischen Lehrer saßen. Die hatten uns eingeladen da und dann sagte ich Nemüke Dick und haben alle gelacht. Wir haben eine Ungarin dabei auf der Tour und die heißt Monika und aus dem Grund und nur aus dem Grund weiß ich, was guten Tag heißt. Weil das heißt nämlich... Ah, Junapod Kiwanok. Nee, 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 man sagt so Zia Monika. Zia, Zia. Zia, Zia, ja. Zia ist so Hallo. Und Zia Monika, das kann ich mir merken. Ja, Zia ist auch Tschüss. Das ist so ein bisschen wie Salü im Französischen, ist auch Hallo und Tschüss. Aber du hast auch Junapod Kiwanok, ist guten Tag gewünscht. Ja, aber morgen sagst du Jureget. Haben wir bei Lok Leipzig schon mal einen Ungarn gehabt, der bei uns gespielt hat? Ich denke Peter Diestel, der müsste Ungar gewesen sein. Der war Torhüter in der Saison 91-92. Das ist der Ungar, der mir jetzt spontan einfällt. Es gibt natürlich einen viel naheliegenderen Ungarn noch, aber... Also naheliegenderen Namen. Peter Diestel. Warte, lass mich kurz gucken. Das ist ein ehemaliger ungarischer Fußballtor der Donau-Schwäbische Herkunft. Also er könnte wahrscheinlich auch ein bisschen Deutsch. Ich spiele dann jetzt halt für Videoton und später für Hornwett. Budapest. Sie machen ja auch das S, das machen ja auch viele falsch. Das S im Ungarischen ist ja ein Sch, also Budapest. Aber es ist, SZ ist ein S. Also es ist nicht Schägediner-Gulasch, sondern es ist Sägediner-Gulasch. Sägediner-Gulasch. Und deswegen ist auch die Pusta, genau. Das ist ja SZ auch geschrieben und nicht die Pusta, sondern die Pusta. Sportlich viel zu berichten, aber wir haben heute sehr, sehr interessante Gäste. Haben wir ja immer, aber heute sind sie mal noch einen Tag interessanter. Nee, das geht gar nicht. Das stimmt nicht, was ich erzähle. Nee, das geht nicht. Wir haben wie immer interessante Gäste. Ich freue mich besonders, dass der Fußballgott persönlich bei uns vorbeihört. Sprich... Seine Audienz gibt. Seine Audienz gibt, ja, ja, ja. Und wir haben eine extrem spannende Statistik bekommen zum Jubiläum 3.500 Pflichtspiele unserer Vereinsgeschichte. Und da hat der Jens Hirschmann da Zahlen zusammengebaut. Ich sage dir mal so, ja, also der hätte dem Heinz-Florian Ottl als Co-Kommentator damals auch sehr gut getan. Hm, okay. Ich habe diese Zahlen leider nicht bekommen. Also ich habe irgendwo Zahlen bekommen, was das tausendste Pflichtspiel war und das tausendfünfundste und so. Das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Leider waren das halt nie, also in meiner Erinnerung nicht die allerbedeutendsten Spiele, die die Jubiläen waren. Soweit ich mich entsinne, aber ich fand das echt gut. Wir haben nachher, machen wir nachher, ne? So als Quiz. Ja, wenn du jetzt das noch anteasern willst. Ja, wir machen nachher so ein Quiz quasi, wo du nur verlieren kannst, weil da sind Zahlen und Sachen dabei, die kann man als Normalsterblicher nicht wissen. Und du als Chronist und Buchautor kannst natürlich ein bisschen was wissen, aber alles glaube ich auch nicht. Aber wir werden es mal ausprobieren. Am Sonntag gab es das Freundschaftsspiel, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Ja, korrekt. Und heute gab es in der Zeitung mit den vier Buchstaben, auch wir können ja ein bisschen sagen, die schreiben ja auch immer viele Sachen von uns. Richtig, ja, vielen Grüßen an André Schmidt, der wird sich das Ohr ganz nah dran halten ans Radio. Genau, und da steht ja heute zu lesen, dass der Trainer, unser Trainer, eine Liebeserklärung abgegeben hat. Ich dachte, oh, hat er sich eben in der Schöner-Leipzigerin raten? Nein, nein, er meint aber die Spieler. Hast du das gelesen? Ja, absolut. Er hat natürlich solide Familienverhältnisse, das ist gar nicht nötig, sich eine Leipzigerin anzulachen. Ja, hab das gelesen. Liebeserklärung fand ich so ein bisschen übertrieben. Er war halt emotional. Und wenn es natürlich für ihn gut läuft nach fünf Spielen, muss ich sagen, das ist als Trainer natürlich gut. Wenn du angekommen bist, wenn du jetzt nicht gleich Druck hast, weil du irgendwie drei von fünf Spielen nicht gewonnen hast oder verloren hast sogar. Und er ist jetzt nach fünf Spielen ungeschlagen. Ich denke, das hat es jetzt in den höheren Fußball-Ligen, wir nehmen jetzt Rainer Lisiewicz mal raus, auch nicht so oft gegeben. Also müsste man direkt mal recherchieren, ob ein Trainer des neuen ersten Hälfte-Vlog, um es erstmal einzugrenzen, es geschafft hat, in den ersten fünf Spielen ungeschlagen zu bleiben. Müsste man kurz überlegen, Heiko Scholz, herrlich, da muss auch das eine, was der andere sagen, da habe ich den Namen wieder gesagt, jetzt muss ich Geld bezahlen, aber dazu später. Man hat ja zum Beispiel gleich als eines der ersten Spiele das Pokalspiel gegen RB mit dem jungen Joshua Kimmich. Kimmich? Log 0 zu 2 verlor, das wäre seine erste Hälfte. Carsten Hänsel, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aus acht Spielen ja ohnehin nur, glaube ich, ein oder zwei Punkte geholt. Das war auch nichts für ihn. Willi Kronhardt, oh, das ist eine gute Frage, ob Willi Kronhardt in seinen ersten fünf Spielen ungeschlagen geblieben ist. Das könnte tatsächlich sein, oder hat er als erstes Spiel in Zwickau verloren? War es 1-1, hat er verloren? Also das muss ich nochmal mit euch denken, erinnere mich am Ende des Podcasts nochmal, macht dir bitte einen Knoten ins Taschentuch. Ich habe ja so gerne, wie ich den Tabellenblatt sehe, immer so ein bisschen schütteln, ich denke mir, naja, das ist ja schon wieder so eine Sache. Jetzt sind wir auf zwei, jetzt steigen die Erwartungshaltungen und jetzt kann es ja eigentlich nur noch bergab gehen. Und wenn das wieder passiert, dann geht das große Gezitter und Gejammer wieder los. Wäre es nicht besser, wenn man startet so auf Platz 10 und Platz 8 und backert sich dann langsam nach vorne? Ja, klar, von der Warte her schon, aber du darfst ja nicht vergessen, was für eine Unruhe aufkommt, wenn du dann eben Platz 10 bist. Platz 10 bedeutet ja, aktuell, lass uns kurz gucken, es müssten so vier Punkte sein. Ich glaube, Eilenburg ist so ungefähr Platz 10. Mich interessiert die Tabelle tatsächlich gar nicht, weil sie nicht aussagekräftig ist, weil es Meusewitz ist Letzter, weil es halt so eine neuralgische Position ist und Jena ist Erster. Platz 10 hat fünf Punkte. Platz 10 hat fünf Punkte, genau. Das bedeutet, aus fünf Spielen, es werden fünf unentschieden, wenn man es so will. Oder da ist eins gewonnen, zwei unentschieden und zwei verloren. Da ist natürlich so ein bisschen klar, die zwei verloren, wenn du die jetzt am Anfang verloren hättest, wäre schon Druck drauf gewesen. Hättest du die jetzt verloren, wäre jetzt auch schon wieder ein bisschen Unruhe da. Von daher, so wie das die Jungs hinbekommen haben, denke ich, ist es doch schon ganz okay. Wichtig ist, dass alle auf dem Teppich bleiben. Also wir haben jetzt nicht wie Jena 17 zu 6 Tore, sondern wir haben 6 zu 2 Tore. Es ist klar, die Abwehr steht also gut und wir machen im richtigen Moment die Tore, aber wir haben jetzt auch nicht übermäßig viele Tore erzielt. Das darf man nicht vergessen. Wir sind kein Aufstiegskandidat. Viele, mit denen man so spricht, also jetzt außerhalb von Leipzig, glauben nicht, dass wir eigentlich sagen, naja, wir wollen zu Platz 4, 5, 6 ankommen. Und die sagen, na klar, natürlich, natürlich. Also nach außen hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass wir mit so einem Tabellenplatz zwischen 3 und 7 oder 8 eigentlich zufrieden wären. Wer sind denn eigentlich viele? Naja, ich sag mal, herrlich. Deine FCM-Freunde. Ne, die nicht. Ne, 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 ne. Ne, 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 die nicht. Die beschäftigen sich mit sich selber und haben damit genug zu tun. Ne, aber ich bin ja nun wirklich jede Woche in einer anderen Stadt und war ja vor zwei Wochen zum Stadtfest in Dresden. Und da waren wir unten an der Elbe. Und über uns, denke ich mir, da oben steht so eine Büchse, kennt man oft als Eistiel oder sowas. Das sieht aus auf dem Bild wie so, wie Ulf Kirsten, gehst du mal hoch. Und dann hat er da oben seinen Stand, wirklich so einen Promostand. Also einen Gin oder sowas, ne? Ja, ja, alles. Und da gibt es auch Merchandise und so weiter und so weiter. Und da stand er dann und Benni, der musste immer, hol mal einen Stift, hol mal das. Also da konnten wir noch so einen Einblick bekommen. Da ist das Vater, Sohn, weil das noch getakt. Genau, genau, genau. Und dann, hallo, wie geht's und so weiter. Und immer wenn ich auf meiner Bühne nichts zu tun habe, bin ich da hochgegangen. Und viel Zeit war nicht, weil er wirklich laufend Fotos machen musste, laufend irgendwelche Autogramme schreiben musste und so weiter und so weiter. Und Benni... Der Fluch der guten Tat. Hast du ein paar Tore geschossen und schon bist du... Ja, du warst in den 90er Jahren der Torschützenkönig der Liga und schon musst du da am Samstag bei 30 Grad im Schatten dich fotografieren lassen. Und Benni, der ja nach wie vor auch Experte ist beim MDR. Guter Experte, Dürrmann. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht es denn aus, wie findest du es denn und so, wie es läuft. Er sagt, ja, das ist ganz gut und man muss ja natürlich irgendwann nochmal aufsteigen. Und dann sage ich so, naja, so richtig, ob wir das können und wollen, ach Quatsch natürlich und so weiter und so weiter. Und dann kam es, wie es kommen musste, dann kam er. Dann kam er, die Herrlichkeit in Person. Der Elefant im Raum, wenn ein Log-Podcast ist. Alle kennen ihn, aber nie ist er dabei. Ich habe ihn gefragt. Ich sage, Heiko, hörst du ab und zu mal den Podcast? Nee, 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 nee. Warum geht's denn da und so? Aber er ist dem 1. FC Log Leipzig weiter wohlgesonnen, hat den Vertrag verlängert, alles gut. Er hat gefragt, ob sie noch leiden können in Leipzig. Sie sagten, na klar, warum nicht? Nein, ja. Doch. Und alles gut. Ja, und das ist natürlich dann die geballte Fachkompetenz. Und ja. Also ich glaube, das ist ein relativ unterhaltsamer Nachmittag mit den Kirstens und Heiko Scholz da auf dem Stadtfest. Bedehle ich dich ein bisschen. Naja, es war für mich interessant zu sehen, als dann Heiko auch noch da war. Dann hatten sie, glaube ich, so einen Textmarker. Und Benni musste man dann herrennen und dem Unterschreibenden den Stift reichen, weil sie dann wahrscheinlich da nicht genug Stifte eingesteckt haben. Und da kann ich mir vorstellen, der ist ja da, also diesen Jahr, der ist ja in Leverkusen aufgewachsen. Und ich glaube, die Häuser beide waren jetzt relativ nah beieinander von Heiko und von Ulf damals. Und er war ja auch viel dann eben bei den Scholzens. 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 Scholzens, ja. Scholzens von nebenan. Und da konnte man so in etwa ahnen, wie es dann da abgelaufen ist. Benni, hol mal das. Benni, mach mal das. Aber das hat ja damals auch dazu geführt, dass Benni Kirsten überhaupt erst sich nicht nur bei Lockfit gehalten hat, sondern sich dann auch entschieden hat, okay, das ist ja gar nicht schlecht. Ich stelle mich ja auch ins Tor. Und das war ja ein absoluter Glücksfall, muss man sagen. Da kann man Heiko Scholz nur dankbar sein, dass durch Steinkontakt eben Benni Kirsten dann zu uns kam für die Liga in Tore, der dreimal zu gut war, tatsächlich. Ja, und er war nicht ganz unbeteiligt an dem Deal mit Wernse, glaube ich. Das hat er auch irgendwie. Heiko Scholz. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also sage ich ein dreifaches Herrlich. Das war aber erst einmal. Wir haben doch noch ein bisschen Sendezeit, oder? Also, ja, stimmt. Der Fußballgott wartet schon. Das sollten wir uns natürlich nicht erlauben, den warten zu lassen. Ich habe Kontakt zum Fußballgott aufgenommen am Sonntag, habe ihm natürlich gratuliert und gesagt, wie sehr ich mich freue, dass er getroffen hat und gefragt wegen Podcast. Und anstatt ein Ja, ich kann oder Nein, ich kann nicht, kam eine Sprachnachricht zurück, der hat schon mal gesagt, ja, klar, ruft einfach an. Ich wüsste doch gar nicht, wann, was ich Dienstag mache um die Zeit auch. Ruf einfach an, probiert. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Naja, dann bin ich mal gespannt, wie wir es hinkriegen. Und wie lange das Telefon noch hält, damit er mal merkt, wie das ist mit den Telefonen, wenn man, na? Ja, aber ich erinnere mich dran, dass er dir schon vor 5, 6 Monaten gesagt hat, was du machen sollst. Und du dich natürlich nicht an die Anweisung des Fußballgottes gehalten hast. Und vielleicht kriegt er es jetzt nochmal mit und wird er dann irgendwie eine Abmahnung schicken, wenn es dann so sein soll. Dem stellvertretenden Chefredakteur hat er ja geholfen. Bei was? Vor zwei Wochen. Na, da war das Display kaputt und da hat er geholfen. Siehst du mal, ja? Und du kriegst es nicht auf die Reihe. Und du hast in der letzten Sendung übrigens versprochen, da hinzugehen. Ja, das stimmt. Aber ich habe ja nicht gesagt, wann. Richtig, okay, wir rufen einfach mal den Fußballgott an. Unser erster Gast ist ein ganz besonderer Gast, weil er quasi nach dem Ausscheiden von Thomas Löwe zum Stammgast fast schon mutiert beim Podcast. Ich glaube, keiner war so oft bis jetzt dabei wie Jamal Ziane und es klappt auch heute wieder. Herzlich willkommen, Jamal. Herzlich willkommen. Das liegt ja an euch, dass ich auch an euch, dass ich so oft da sein darf. Ja, wie auch immer. Aber es liegt natürlich auch an dir, weil du jetzt mit dem Tor am Wochenende wieder zurückgefunden hast in die Torschützenliste, was uns alle sehr gefreut hat. Wie hast du denn den Sonntag erlebt? Ja, also auf jeden Fall erst mal mit Vorfreude. Und weil ich wusste, es wird ein schöner, großer Rahmen, eine super Kulisse. Das hat man ja vorher schon mitbekommen. Anhand der vorverkauften Karten und anhand der Fanfreundschaft und darum habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ich habe gehofft, dass ich dann natürlich auch spielen darf oder kann. Und genau, dann glaube ich, haben wir uns mindestens mit dem Punkt belohnt. Also ich habe so kurz nach dem Spiel habe ich auch im Fernsehen noch so gesagt, dass es ein 1-1, glaube ich, in Ordnung geht. Jetzt im Nachhinein noch ein bisschen was gesehen, ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, glaube ich, hätte man den Sieg schon einen Ticken mehr verdient. Ich glaube, das hat sogar der Halle-Kapitän-Landgraf dann auch gesagt. Schon schade, dass wir uns da nicht noch belohnen können konnten. Aber unterm Strich, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener Tag für alle Beteiligten. Ein sehr guter Rahmen. Werbung für Fußball, Werbung für Regionalliga. Ja, super Kulisse, super Rahmen, war ein Top-Tag, gutes Wetter. Also schönes Spiel, glaube ich, hoch und runter, viel los gewesen. Ich glaube, für alle Beteiligten neutral und sowohl auch je nach Seite rot-weiß oder blau-gelb war das, glaube ich, ein schöner Tag. Wenn an so einem Tag Krugi und Pfeffi im Stadion sind, deine Vorgänger, kommen die nach dem Spiel zu dir und sagen, toll, Jamal, das hast du auch toll gemacht? Oder sagen die, dass es zwei letzte Mal noch machen müssen? Ja, also die kamen nicht zu mir, aber die haben beide mir geschrieben und ich habe ja auch mit beiden noch regelmäßig Kontakt und so. Also klar, die, nicht nur nach dem Spiel, sondern wir haben ja oft, sagen immer, was sie denken oder was sie sagen. Ich glaube, dass ich jetzt den zweiten, ja, der war dann der Winkel spitz. Ich glaube, eher die allerletzte Aktion mit Luke war ein bisschen unglücklich. Entweder muss er schießen oder halt spielen. Daher war das dann so ein bisschen noch dieses, sonst hätte man mit einem 1-1 gut leben können. So hätte man mit dem letzten noch einen Lucky Punch sitzen können. Aber ich glaube, da waren die Glückwünsche eher an dem Tag größer. Bei der letzten Aktion, die habe ich mir auch mehrmals angeguckt, weil du ja in der Mitte dann bist und dich auch beschwerst, warum er nicht spielt. Da war ich mir nicht ganz sicher. Wenn er spielt, dann musst du schon ein ziemlich langes Bein machen, oder? Um vor dem Gegenspieler ranzukommen. Ja, also ich komme natürlich von weiter hinten, weil er ja den Vorsprung hatte. Ich bin im vollen Lauf und ich glaube, der Verteidiger kommt auch erst im letzten Moment so dazu. Also wenn, dann müsste er etwas zeitiger spielen, denke ich. Und dann versuchen wir auf dem Rechten so eher mehr zu spielen. Und dann vielleicht im Rückraum sozusagen, dass man dann, ich glaube, wenn ich voll durchlaufe, dann kann ich den auch reinkrätschen, klar. Ich habe ja auch gesagt, oder er nagelt das Ding dem Tor zwischen den Augen um und hat halt einen Abschluss und dann geht er rein oder nicht. Das ist schade, dass er so verpufft, weil er sich ja auch vorher gut im Ball erarbeitet und erkämpft. Absolut. Von daher einfach eher schade so. Da bin ich ganz nahe. Weil wenn man in der 91. Minute dann so eine Möglichkeit hat, auf dem Weg zum Tor, dann tut es halt nicht. Ja, du rennst glücklich gefühlt 100 Mal an oder wenn das reicht, ein Torwart oder ein Abwehrspieler und da geht nie was schief. Und dann hat es mal das Glück, dass was schief ging und dann konnte man es leider nicht ausnutzen. Du musst dazu auch sagen, nö, springt natürlich nochmal mit allem rein, was er hat. Ja, das stimmt. Die Situation für dich war ja nicht leicht. Erklär nochmal allen, was dir jetzt genau gefehlt hat und warum es so lange gedauert hat, dass du wieder zurückgekehrt bist. Ich meine, das war jetzt nicht dein erstes Spiel, aber du wirst dann nach wie vor irgendwie so ein Stück weit rangeführt. Zwischendurch hieß es auch mal, es könnte sogar noch ein bisschen länger dauern, als du noch gar nicht gespielt hast. Was war jetzt genau die Situation, in der du dich befunden hast? Naja, das ist halt so eine Verletzung oder mehrere Verletzungen im Fuß waren, mit der ich immer noch, was heißt Probleme habe, dass ich immer noch spüre und immer noch leichte Schmerzen bei manchen Bewegungen habe, was aber normal sein wird, weil ich das jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall noch habe, was aber auch vorher klar war, was auch ich mit den Arzten so alles abgeglichen habe, was ich weiß, aber was aushaltbar ist und womit ich klarkomme. Und dann hieß es ja gefühlt, dass ich eigentlich am Ende der Vorbereitung erst anfangen kann, so wenn wir quasi, wenn die Saison losgeht, erst langsam anfangen kann. Dann war ich aber insgesamt viereinhalb Monate raus und das merkt man dann schon. Also du denkst halt, du willst viel laufen und viel Fahrrad fahren, das habe ich dir schon mal erzählt, dann denkst du, du bist fit. Dann fängst du an zu trainieren und denkst dir bei der ersten Passform schon alleine, was ganz leichte Belastung ist, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und dann trainierst du ein paar Wochen mit und dann merkst du das erste Spiel, 20 Minuten und denkst, Himmel, Arsch und Zwirn beim Vorbereitungsspiel gegen Hamburg, was ist denn hier los? Dann merkst du das schon, dass das einfach fitnesstechnisch, du das gar nicht ersetzen kannst, egal mit welchen Übungen, Spiel und Spielpraxis. Und das ist auch immer noch, sage ich jetzt mal, das Hauptaugenmerk, also ich trainiere voll mit, mache alles voll mit, aber spiele es nur einfach nochmal was anderes als Training. Weniger Gas gibt es, weil im Training ja viel mehr Unterbrechungen sind, Erklärungen und, 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 und. Und dadurch, dass es so eine ungewisse Verletzung ist und das bei jedem anders dauert und das nicht so alltäglich war, konnte das keiner sagen. Das haben mir dann ja am Anfang irgendwelche gesagt, boah, man sagt ja immer, solange man verletzt ist, brauchen wir dann auch wieder, um voll da zu sein. Solange glaube ich jetzt nicht, dass ich nochmal 4,5 Monate dann brauche, aber es dauert halt, es zieht sich halt schon ein bisschen. Und dann, ja, war halt so, es kann sein, es dauert sechs Wochen, es kann sein, es dauert ein paar Monate. Und irgendwann haben die mir mal gesagt, na, vor sechs Wochen, gefühlt brauchst du nicht anfangen. Dann habe ich einfach nach ein paar Wochen irgendwann angefangen. Es ging, ich habe das mit dem Schmerz, so bin ich klargekommen, habe das so ausmachen können, dass es halt passt. Und, ja, und seitdem trainiere ich dann voll und dann ging das so. Und seitdem, darum bin ich, kann ich seit dem ersten Spieltag quasi dabei sein und seit dem ersten Spieltag einen Einsatz zu kriegen. Ich bin eigentlich vor dem Plan raus gewesen, deswegen war gefühlt erst halb sehr, so mäßig stand er auch erstmal im Raum und so. Deswegen bin ich, ja, eigentlich weit vor dem Plan und, ja, bin sehr zufrieden. In der Zwischenzeit hat der Verein, ich meine, das ist ja normal, die Konkurrenz, sage ich mal, belebt mit Stefan Marderer und Luke Elster, der natürlich perspektivisch erst eine Alternative sein wird oder eine feste Alternative, zwei Leute dazugeholt. Eine Situation, die jetzt in den letzten Jahren für dich nicht ganz so oft war. Ich erinnere mich an den, wie hieß er denn, den 17-Jährigen, der aus Stutt, aus Hamburg kam, der dann weg musste wegen der Schule. Ja, genau, Verinatsch, genau. Dann hatten wir hier Matthäus Lorinczak, war zwischen 0 auch mal da und du hast ja... Eigentlich war Nattermann ja auch, so ehrlich gesagt, auch ein Mittelstürmer gewesen. Hat noch auch einen Spielertyp, aber der war schon, das war schon... Genau, Nattermann beispielsweise hatten wir auch. Also Konkurrenzsituation ist für dich nicht neu, aber was neu ist, ist eben, dass du mit einem Nachteil gestartet bist, weil du eben verletzt warst. Wie siehst du deine Situation innerhalb der Mannschaft im Moment? Naja, ich muss sagen, das Jahr bei Alme, wo Natter kam, bin ich auch später eingestiegen. Und da kam ich dann gut klar, wurde auch eingewechselt und kam dann, glaube ich, gut rein. Das war die Saison, wo ich dann, glaube ich, 21 Tor hatte oder so. Aber ja, das ist eine andere Situation, die ich zum Glück nicht so oft kenne, weil ich auch nicht so oft verletzt bin. Das muss man auch sagen. Also dadurch war auch die Verletzung schwer für mich zu, was heißt zu verstehen, aber es ging mir halt auf den Sack und ich konnte damit manchmal nicht umgehen, weil man will dann noch schneller anfangen, weil man die Situation einfach nicht kennt, verletzt zu sein. Und klar, erstens Konkurrenzbelebtsgeschäft und zweitens ist das ja auch völlig normal, weil wir aus den letzten Jahren ja auch lernen mussten, dass wenn ich dann doch mal was hatte und der einzige Mittelstürmer war, dass dann, glaube ich, mit Attil gar noch ein guter Ersatz war, der beides spielen konnte. Der ist dann auch immer mal für ein paar Spiele vertreten hat, vorne zu sein und nicht auf der Außen zu sein, aber jetzt nicht über fünf, sechs, sieben Spiele, weil dann ja auch unser System drunter leidet, weil Attil gar nicht zum Beispiel ein Außenspieler war und den du dann ja auch auf der Außen gebraucht hast. Von daher, alles gut. Für mich war wichtig, ich habe noch Vertrag, ich musste mich jetzt nicht verrückt machen oder irgendwas. Für mich war ganz wichtig, dass ich das so in Ruhe aufbaue, dass ich danach nicht noch schwerwiegende Probleme kriege und nicht zu früh anfange und nochmal was reiße und, 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 und. Und darum fällt es zwar schwer, aber habe ich mir, glaube ich, dann genug Zeit gelassen, um jetzt gut in dem, das verkraftet zu haben und das verheilt zu haben. Das war eigentlich die Hauptsache, weil ich nicht später nach dem Fußball noch Probleme kriegen will und nicht die letzten Jahre, wo ich jetzt auch noch spielen will und auch noch damit Probleme haben will. Und deswegen bin ich jetzt Kinder 18, der, keine Ahnung, irgendwas übers Knie bricht oder was weiß ich, sondern es war Hauptargument, das war auch mit allen so ausgemacht, dass ich in Ruhe die Verletzung auskuriere, weil alles andere bringt nichts, bringt nichts mit Halbgas zu spielen, mit permanenten dollen Schmerzen zu spielen, was eigentlich nicht geht. Wenn du es gar nicht aushältst und dich ja durchquälst und vor allen Dingen, ja, das ist halt auch nicht, weil der Arzt hat mir klipp und klar gesagt, wenn du zu früh anfängst und das reißt, dann ist es ganz schlecht, dann wird es große Probleme kriegen mit OP und mit noch länger ausfallen und das wollte ich natürlich nicht und deswegen. Wie hat der Trainer mit dir über das Thema gesprochen und wie ist dein Verhältnis so zu einem neuen Trainer? Der hat ja schon vor der Saison, während ich verletzt war, also in der alten Saison sich ja schon vorgestellt und mit jedem Gespräche gehabt, die noch da sind dann, also die da geblieben sind als Spieler und da haben wir schon drüber geredet, aber da wussten wir ja, habe ich gesagt, ja, mein Ziel ist Vorbereitungsstart, das hat dann natürlich nicht geklappt, bin ich mir ja später eingestiegen und dann hat er es auch ganz normal mit mir kommuniziert und ja, wir haben gesagt, dass wir halt von Woche zu Woche schauen, ich habe mich dann immer gesteigert und dass er, ich bin ja permanent im Austausch, er fragt mich dann immer, wie ich das verkraftet habe, weil ich jetzt zum Beispiel gegen Victoria jetzt auch eine halbe Stunde mal war und so und so. Dass man dann natürlich, ja, muss man immer reinhorschen, wie man das verträgt sozusagen, eine dauerhafte Belastung. Ich hatte jetzt Spiele gegen Aue, 60, 70 Minuten, das Testspiel, dann gegen damals Gera und so, das merkt man dann schon, das tut aber trotzdem gut und ja, wir sind da eigentlich einen permanenten Austausch, ich glaube, haben ein gutes Verhältnis, keiner hat irgendein Problem mit ihm und so, es ist eine sehr, sehr, eine gute Mischung aus Lockerheit und gewisse Strenge und so, das hatte ich ja schon mal erzählt, also ich komme gut mit ihm aus, ich komme gut mit ihm aus und sind oft, im Austausch mit vielen Sachen, glaube ich, er nimmt uns auch viel mit, fragt uns, wie wir manche Dinge sehen oder wie wir manche Dinge denken, wie wir sie besser machen können und so weiter, also schon eine sehr offene Kommunikation mit allen, also auch mit den Co-Trainern, mit Pippi, mit Toni, mit dem Trainer, das ist da eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Was mich noch bewegt, Stefan Maderer hatten wir auch schon hier vor drei Wochen und auf die Frage, ob er denkt, dass es mit euch beiden im Sturm funktioniert, hat er gesagt, ja, das kann er sich sehr, sehr gut vorstellen, ist natürlich eine super Nachricht für alle und gut wäre natürlich auch, wenn du der Meinung bist, dass man mit zwei Kanten da vorne gut Fußball spielen kann, wie siehst du denn das? Ich sehe das eigentlich genauso, das ist auch was, was der Trainer schon mal kommuniziert hatte, dass er sich das schon vorstellen kann, wenn ich irgendwann richtig fit bin, da auch mal mit zwei Spitzen zu spielen, kommt natürlich auch mal ein bisschen aufs System an, auf den Gegner an und so weiter und so fort, aber ich stelle mir das auch gut vor, A, bist du nicht nur dieser eine Zielspieler und bist nicht nur dieser eine, auf den sich dann immer im Zentrum alle konzentrieren, sondern du hast zwei. Ich sehe das ja auch bei anderen Vereinen, wie die mit zwei spielen und für die Innenverteidiger eklig, du kannst sehr viel über Flanken arbeiten, du kannst vielleicht auch mal mit einem Schiffball nach vorne arbeiten, weil einer geht hin, einer geht lang und ich glaube, es ist eh unangenehm für einen Gegner, wenn du zwei körperlich betonte große Stürmer hast, wo beide Bälle mal bei jedem auf den Kopf fliegen können und wo vielleicht was passiert und so, also ich stelle mir das schon, ja, das ist offensichtlich gefährlich vor und durchschlagskräftig vor, wenn da zwei, ja, schon Mittelstürmer zusammenspielen, aber, ja, also vorstellen könnte ich mir natürlich, klar, die eine oder andere Idee mal, aber das hängt ja noch erstmal davon ab, wie was geht und so. Gibt uns ja auch unser System, aktuelles System oder spielweise ja auch recht mit einem Erfolg. Thomas hatte gefragt, wie das Verhältnis zum Trainer ist, mich würde interessieren, wie siehst du denn die Art und Weise, wie der neue Trainer Fußball spielen lässt, ist das eine Umstellung gewesen für euch als Mannschaft, ist es ein Anknüpfen für dich an den vorherigen Trainer, wie ist es dir gelungen, da reinzukommen? Naja, also Fußballspielen findet man ja dann nicht immer komplett neu, also wir konnten das ja alle schon ein bisschen und, aber natürlich hat jeder Trainer seine Feinschliffe und seine Taktiken und seine Philosophien und die sind da, klar, jeder hat seine Handschrift und die hat uns hier auch eingetrichtert oder eingeflößt und die versuchen wir umzusetzen und ich habe schon mal gesagt, wenn wir das schaffen umzusetzen, dann sind wir schwer zu schlagen, dann sind wir auch eine super Truppe, wir müssen es bloß schaffen, jedes Mal auf Platz zu kriegen. Es ist ein Ticken intensiver, ich glaube, wir stehen defensiv deutlich besser, das kann, glaube ich, jeder Außenstehende sehen. Wir haben jetzt irgendwas mal gelesen, habe ich was geschrieben von minimalistisch, das finde ich ein bisschen schwierig, weil wir A, Chancen für mehr Tore hatten teilweise und auch wenn, glaube ich, jeder was unterschreiben würde, wenn wir jedes Spiel 1-0 gewinnen. So, wenn du hinten gewinnst, du die Spiele, da haue ich was ins Phrasenspein, das ist nun mal einfach so und da stehen wir deutlich sicherer, haben vielleicht auch mal jetzt ein Quäntchen Glück mehr gehabt als letzte Saison in einer anderen Situation, aber das ist ja auch vielleicht kein Glück, sondern auch irgendwo erarbeitet. Also, ich denke, dass wir da auf jeden Fall, wenn wir schon gut kompakt stehen, ein gutes Umfeldspiel haben, eine gute Mischung aus, wann gehen wir drauf und wann stehen wir mal tief und lassen mal einen Gegner kommen haben. Ja, das ist so der, alles werde ich jetzt auch nicht verraten, aber... Ne, das ist schon absolut verständlich, was mich noch interessieren würde dahingehend, Lok ist aktuell Zweiter, nach dem Einburgspiel gab es ein paar Spitzenreiterrufe, wir beim Podcast machen uns unseren Reim auf die aktuelle Situation, interessieren würde uns natürlich trotzdem, wie du die Liga siehst und, sage ich mal, die Möglichkeiten des 1. FC Lok, dass man schwer zu schlagen ist, das geht ja vielen Mannschaften so. Na ja, also, ich sage jetzt mal, die sind super gestartet und auch mit harter Arbeit, bin ich ehrlich, und ja, dass da jeder immer mal was reininterpretiert, das ist ja klar, Fußball ist schnelllebig, bis schnell oben, bis schnell unten, vor ein paar Monaten kann mich noch an andere Rufe erinnern, außer Spitzenreiter, also, das ist ja klar, aber ich habe ja schon mal gesagt, das ist eine Saison lang, ich sehe die Liga stark wie noch nie und das sagen wir fast jedes Jahr, aber es ist einfach so, man sieht das, ich glaube, keiner hätte mit Zehendorf so sehr gerechnet wie jetzt. Als Beispiel, ich glaube, Plauen hat sehr viele Spiele unglücklich abgegeben oder Punkte abgegeben, die spielen auch keine schlechten Dinger und da sind jetzt zum Beispiel zwei Aufstecker, die ja gut mitmischen, das ist halt nicht wie die ganzen Jahre, nicht zuvor, aber vor einigen Jahren, wo es da wirklich ein paar abgeschlagenere gibt, klar macht jetzt Jena gerade seinen Kram überdurchschnittlich, aber selbst letzte Saison hat sich die Saison am letzten Spieltag entschieden, wer hoch geht und wer nicht, also das zeigt ja die Ausgeglichenheit. Ich kann mich noch an Saisons erinnern, wo Cottbus oder Jena damals mit 15 Punkten vor, am Ende schon mittendrin irgendwann war, wo jeder wusste, okay, das war's, wo die aufgestiegen sind. Das hast du jetzt gleich, denke ich, kaum noch oder ja, es gibt so viele Mannschaften, die da oben mitmischen wollen, davon stehen auf jeden Fall einige noch hinter ihren Erwartungen, denke ich mal. Mit uns hat da bestimmt gerade auch bis jetzt noch keiner gerechnet, aber ist auch okay so. Aber ja, also wie gesagt, wenn wir unseren Plan und unsere Leistung permanent auf den Platz kriegen, was natürlich auch schwierig ist über eine Saison, dann denke ich, werden wir eine gute Rolle spielen und sind auch sehr schwer zu schlagen. Jetzt kommt es halt auf die Konstanz an und ein bisschen Glück, dass du verletzungsfrei bleibst und nicht gesperrt hast und so weiter und so fort, dass du da natürlich gut durchkommst und dann wird uns nicht immer gelingen, eine optimale Leistung abzurufen. Sehr klar, wir sind ja auch noch Menschen, es gelingt keinem, aber wenn wir das zum Großteil hinbekommen, dann denke ich, können wir eine gute Rolle spielen. Vor ein paar Wochen hatten wir eine Mail zum Thema Jamalciano, da ging es darum, da fragt, ich glaube Silvia hieß Svenja oder ich weiß nicht mehr, die fragte, was hat der Torjubel von Jamalciano zu bedeuten? Ja, eine richtige Bedeutung hat es nicht, also es ist ja mal entstanden mit Farid Impril, also wir haben ein Spiel geguckt und da hat, glaube ich, Art Klinike gegen Cottbus gespielt oder so und dann hat einer, der hat dieser Skoda von Art Klinike so gejubelt und keine Ahnung, wir haben dann, da hat sich Wallitz, glaube ich, aufgeregt oder er hat das vor dem Fenster, irgendwie so, auf jeden Fall fanden wir die Szene irgendwie lustig durch irgendwas. Dann haben wir im Training aus Spaß so gejubelt, dann haben wir das nächste Spiel getroffen, dann haben wir jubelt mal so, dann haben wir so gejubelt, dann habe ich so gejubelt und dann hat sich das fortgesetzt, dann hat das Glück gebracht und seitdem ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ich sage Magenzeichen, aber wiedererkennungswert und deswegen jubel ich so. Das kam ja bestimmt mal, Modest hat ja auch immer so gejubelt, es gibt ja einige, die das machen, aber es hat jetzt keine richtige Bedeutung, also es ist jetzt nicht die Brille, dass ich sehe, wo das Tor steht, aber oder dort immer jemanden suche auf der Tribüne, das ist auch nicht. Ist halt irgendwie lustig und ich finde es immer witzig und jeder hat ja so seinen anderen, seinen eigenen Move, es gibt keine klare Bedeutung. Ist deine Schwester ab und zu mal im Stadion, weil die müssen wir endlich mal fragen nach 500 Podcasts mit dir, die wollten wir ja mal einladen und das gelingt uns auch nicht. Ich denke ja nach wie vor, dass du das irgendwie blockierst, aber vielleicht wollen sie mal sie nicht fragen. Ich gebe einfach die Nummer und jetzt schreibt der mal. Dann meinst du, die reagiert, wenn wir was schreiben, ist doch besser, wenn du sie mal ansprichst. Aber wir können sie auch anschreiben, das. Doch, die war im Stadion, die hat sich auch sehr gefreut, mir danach auch noch geschrieben. Hat natürlich auch immer selber Hockey und so, aber wenn sie kann, kommt sie immer. Bei welchem Verein spielst du jetzt in Leipzig? Bei ATV, immer noch. Die spielst du länger als ich bei Lockshorn auch. Na gut, aber viele Alternativen im Hockey in Leipzig hast du ja auch. Ich glaube, früher gab es mal HTC noch und LSC gab es auch noch. Aber viel mehr gibt es dann nicht, ne. Und was ist aus Einheit Zentrum geworden? Das war die erfolgreichste Hockey der Hockey-Zeit? Weiß ich nicht, aber im Westen. Bleib mit deinem DDR-Kram mal weg jetzt hier, Thomas. Das ist genau gegenüber vom Bruno-Placher-Stadion, ich bitte dich. Echt? Na ja, das ist ein Minigolf. Ja, nee, also das ist ein Südfriedhof. Achso, nee, das ist der ATV, ja. Genau, ATV ist ja dort, ja, genau. Der auf der Ecke. Richtig. Jamal wird müde, wir haben noch einen Gast. Wir haben das Wesentliche geklärt. Jamal, ich gucke vielleicht die Woche mal vorbei mit meinem Telefon. Aber ich kann es ja da nicht dalassen, weil dann habe ich ja gar kein Telefon mehr. Kommt drauf an, was es ist. Manche ist es auch relativ fix repariert. Das glaube ich bei dem Teil nicht. Und ob du das nur dalässt und nicht telefonieren kannst du mit dem Ding doch eh nicht. Ja, vielleicht muss auch schon mal einfach noch was aus dem Autoausgang rauspoolen. Das kann sein, ja. Mal sehen, was das da verfangen hat in zwei Jahren. Gut, wir wünschen dir einen schönen Feierabend. Danke, Jungs. Gute, wie soll man sagen, Regeneration und viele, ja, gute Steigerungen deiner Leistungsfähigkeit jetzt über die nächsten Spiele und dass du dann auch bald wieder in die Startelf kommst. Vielen lieben Dank. Tschüss. Mal rein, bis bald. Ciao, ciao, ciao. Unser erster Gast, unsere Legende im Verein, der Fußballgott Jamal Sianer und Kapitän und Torschütze beim Freundschaftsspiel gegen Halle. An der Stelle brauchen wir nicht zu sagen, dass wir wieder nur einen netten Gast hatten, den hatten wir ja schon so, auf den du es vorher schon erwähnt hast. Eigentlich könnten wir nochmal den Jamal einladen und sagen, pass mal auf, es ist 20 Uhr, wir zeichnen auf, sag mal was und bringen dir selber noch einen Gast mit und dann lassen wir dir eine Stunde reden und dann machen wir Schluss und wir senden das einfach. Ja, so könnten wir das machen. Ich habe ja während des Gesprächs nochmal geguckt, wie lange Jamals Vertrag läuft, weil ich nicht wusste, 2025 oder 2026 mir war, wie 2026, das ist auch so. Und ich habe bei Google eingegeben, Jamal, und es ist nicht Jamal Sianer, der da als Erster bei Google gesucht wird, sondern eine gewisse Jamila Rowe, deutsche Visagistin. Und ich muss sagen, das muss enden. Es muss Jamal Sianer der erste Treffer sein dort. Erstaunlich, dass nicht Musiala als erstes rauftaucht, oder? Nein, da wird ja mit J geschrieben. Da wird ja nur mit J geschrieben. Deswegen, das ist ja dann schon ein orthografischer Unterschied. Ich hätte eigentlich mal fragen müssen, wie man von Berufs wegen her Fußballgott oder Fußballlegende wird, was man da für Voraussetzungen oder wie sowas passiert. Wenn jetzt ein junger Mensch fragt, ich bin ja auch Fußballer in der achten Kreisklasse und ich würde gerne Fußballgott werden. Was muss man denn machen, um Fußballgott zu werden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du musst zuverlässig deine Leistung bringen, immer. Darf auch ruhig mal in wichtigen Spielen eine besonders gute Leistung sein. Es gibt ja auch Fußballgötter, die irgendwie im Mittelfeld gespielt haben. Also es hat ja nicht nur mit Toren zu tun. Tore können auch Fußballgott werden. Aber natürlich sind es vorwiegend Torjäger, weil die einfach diese wichtigen Momente haben, diese Tore dann machen, wo dann jeder erleichtert ist. Ach, ein Glück. Früher war es eben der Häusel. Jetzt ist es der Jamal Sianer. Die sind dann da und die retten uns aus der größten Not. Die retten uns die gleichen aus in der letzten Minute. Die machen das Siegtor kurz vor Schluss. Die sind alle da. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man Fußballgott werden möchte, wenn man in den wichtigen Spielen dann auch da ist. Hast du die Motte jetzt getötet? Nein, die ist weggeflogen. Ich sitze nur im Schreibtischlicht. Viel wichtiger ist aber, Thomas, können wir den zweiten Gast anrufen. Der ist nämlich ein bisschen aufgeregt. Dann machen wir das. Ja, am Sonntag, auch im Stadion, genauso wie unser erster Gast Jamal Sianer, aber in dem Falle nicht als aktiver Spieler, sondern als ehemaliger Spieler, als Teil der ersten Pflichtspielmannschaft oder ersten Mannschaft des 1. FC Lok. Und heute im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Hallo, René Rosberg. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön, dass das klappt. Wir freuen uns. Und meine erste Frage. Du bist einer der wenigen Menschen, die ich persönlich gesprochen habe, die dazu beigetragen haben, dass Lothar Matthäus verpflichtet wurde in den Verein. Ja, das kam am Wochenende auch nochmal zur Sprache. Selbst Rainer Lissiewicz hat mich nochmal gefragt, wie das war. Und ja, das war relativ kurios. Ich glaube, der Trainer kam irgendwann unter der Woche rein und meinte, wer hat dann und dann Zeit. Ich glaube, da ging es noch nicht mal um München fahren oder so. Und dann stand ich bei Katrin Pahlhorn, der Schatzmeisterin, und beim ersten Vorsitzenden, Steffen Kugel, dann im Büro. Dann ging es, ja, muss jemand nach München fahren an dem und dem Tag. Wir brauchen die Unterschrift für den Spielerpass. Da hat aber keiner irgendwie gesagt, wie man da rankommt oder ob es drumherum. Oder ja, dann habe ich gesagt, ich kann das machen. Ich habe da Zeit. Und habe aber gesagt, ich brauche ein Auto. Ich habe damals noch kein Auto, kein eigenes. Mit was für einem Auto bist du dann da hingefahren? Ja, da haben die einen Buchbinder. Ich glaube, das war damals ein Sponsor, ein Autoverleiher, eine Autovermietung. Und ja, da fährst du dann und dann zum Buchbinder und dann kriegst du ja ein Auto. Ich bin im Fünfer Golf. Das war damals schon ein recht cooles Auto mit 18, 19. Also sehr aktuell. Da bin ich mit meiner damaligen Freundin dann nach München gefahren. Und dann sind wir da fünf, sechs Stunden gefahren. Und dann im Hotel. Du hast den dritten Gang beim Golf nicht gefunden oder was? Na doch, das kannte ich schon. Mein Vater hatte schon fertig ein Auto mit sechs Gängen. Von daher war das kein Problem. Aber Navi gab es damals auch noch nicht, ne? Da hat sich heute noch den großen Atlas, den Shell-Atlas auf dem Schoß gehabt. Ja, da musste man vorher auch noch ein bisschen die Stationen und die Autobahnen rausschreiben. Wobei das bis München A9 ist nicht so schwer. Das kriegt man auch. Das kriegt auch die jüngere Generation noch ohne Navi vielleicht. Wir haben dich unterbrochen. Du bist also, ihr seid eine Weile gefahren und dann? Ja, dann war irgendwie Treffpunkt Hotel vier Jahreszeiten, Kimpinski, mitten in München. Ja, und dann kam irgendwie der Sportbild-Redakteur, der Jörg Althoff kam dann damals. Ich glaube, der ist mittlerweile Chefredakteur bei der Bild irgendwie. Und der hat dann noch ein bisschen erzählt. Und dann hat er gesagt, dein Fotograf kommt gleich wegen Story und so. Ja, das wusste man alles gar nicht, ne? Die haben also da wirklich dann eine riesen Story gemacht. Und dann stand auf einmal Matthäus in der Lobby. Hat sich auch mit uns ganz normal unterhalten. Wie gesagt, meine Freundin war vielleicht 16, 17 und ich war gerade 18, 19. Aber ganz normal, kann man sich auch nicht vorstellen. Ich habe auch jetzt am Wochenende erst ein Foto wieder in der Hand gehabt, wo ich mit Matthäus' Trikot mit sieben oder acht Jahren da über dem Fußballplatz renne. Also großer Bayern-Fan für Lothar Matthäus. Und als man ihn dann ein paar Wochen später auch spielen sehen hat, ich meine, der hat ja damals schon zehn Jahre nicht gespielt. Das muss man einfach sagen, war überragend. Das war das. Wie gesagt, war nicht so geplant, aber war für mich natürlich ein Riesenereignis. Das mit Sportbild, Artikel und Riesenbild. Krass. Ja, wirklich, wirklich krass. Ist das für dich die prägendste Erinnerung an diese Zeit beim Erstelf zurück? Oder gibt es da noch ein paar andere, die da rum konkurrieren, sozusagen die prägendste Erinnerung zu sein? Ja, ich sage mal, die prägendste Erinnerung. Das war generell ein sehr tolles Jahr. Weil ich sage mal, welcher Kreisklasse-Spieler kann schon brauchen. Er hat vor 10.000 Zuschauern aufwärts gespielt. Ansonsten war es, also wie gesagt, auf der einen Seite ein sehr gutes Jahr. Ich hätte gerne noch länger und mehr gespielt. Das war aber schwierig damals, weil ich noch Wehrdienst leisten musste und nicht so oft zum Training konnte. Und ansonsten, jetzt auch am Wochenende, haben wir ja ein paar Sachen auch diskutiert. Wie gesagt, viele heben ja das Spiel so gegen Judith Ehrenberg hervor. Wir bleiben eigentlich so die ersten Spiele im Gedächtnis, vor allem das allererste, gegen Eutritsch. Da waren wir ja noch gar nicht lange so zusammen als Team. Davor die drei Auswahl-Trainings, meine ich, waren. Das waren, glaube ich, drei Termine. Ja. Da waren wir alle drei da. Und so circa 100 Spieler, die da waren. Und am Ende wurden dann die genommen, die den Kader dann eben gebildet haben. Mit Uwe Trommer dann auch. Ja, Frank Wimberger, René Heuse. Und ja, das war schon, wie gesagt, das erste Spiel gegen Eutritsch. Da hat man wahrscheinlich auch in Leipzig gedacht. Das Thema VfB-Lock-Leipzig hat sich jetzt erledigt, auch fantechnisch. Man war ja fantechnisch nicht überall beliebt in der Stadt. Und man hat einfach gedacht, das hat sich jetzt erledigt und der Verein ist tot. Und dann waren da fast tausend Zuschauer auf diesem kleinen Sportplatz da in Eutritsch. Kann man sich kaum vorstellen. Dann hat man sich als Mannschaft immer mehr zusammengefunden. Und dann war für mich eigentlich somit das prägendste Erlebnis am Anfang. Mitten in der Woche, glaube ich, gegen Nauenhof. Nauenhof sich wieder noch ein paar Spiele aus Grimma zusammengekauft hatte. Und man diese eigentlich für das Verhältnis über Mannschaft, die man dann da 1-0 schlägt. Das stimmt. Das war der erste Sieg damals. Nicht Fischspielsieg, aber der erste Sieg, glaube ich, an der neuen Lokmannschaft. Das heißt, du bist über das Casting tatsächlich zu Lok gekommen. Hast du das damals aus der Zeitung erfahren oder von der Homepage? Oder hat dir der Opa gesagt, Junge, geh da mal hin, da wirst du ein Großer? Das war aus der Zeitung. Wie gesagt, ich habe den Entschluss dann noch schnell gefasst, das zu probieren. Und war im Nachhinein auch eine gute Entscheidung. Und was man ja trotzdem auch sagen muss, ich meine, da kamen ja wirklich einfach vorher Leute, die... Ich glaube, Marco, du warst auch dabei. Ja. Herr Löffler auch. Richtig, da stellen wir dir eine Chefredakteur auch. Von Lokomotion noch ein, zwei Leute. Warum ich mir sowas merke, weiß ich nicht. Aber ich kann mich ganz gut daran erinnern, waren, wie gesagt, viele Leute, die einfach vorher wirklich Fans waren. Auf der Tribüne, auf der Gegend gerade, wie ich früher. Und ja, einfach auch, ich denke auch, trotz allem, dem Verein noch helfen wollten. Dass es so weiter ging. Also ich glaube nicht, dass viele im Kopf hatten, ich mache das jetzt für mich und werde da ein Riesenstar oder so. Nee. Ich glaube, am Ende keiner geworden. René, sag mal, als du den Herrn Löffler und den Herrn Marco spielen sehen hast bei dem Casting, was war so dein erster Eindruck? Und hättest du jemals gedacht, dass es über das Casting bei den beiden rausgeht? Kann ich mich im Detail nicht mehr daran erinnern, aber konditionell waren sie auf jeden Fall auf der Höhe. Absolut, war ich damals schon, ja. Tatsächlich kann ich, also wenn du es so sagst, möglicherweise haben wir sogar in einer Mannschaft gespielt da. Ich war einmal da, denke ich, weil ich beim ersten Mal konnte ich nicht. Beim zweiten war ich dabei, beim dritten war ich zur Berufsschule in Erfurt. Und genau, das war ein großes Hallo. Man kannte den einen oder anderen. Michael Behnsch kannte ich auch schon. Warum, Thomas? Na, das kann ich ja hier erzählen. Michael Behnsch, der ja dann im Tor stand, der hat mir mal bei einer der letzten Auswärtsfahrten zu dem Pflichtspiel des VfB Leipzig, das war beim Ligaspiel beim VfB Auerbach im November, da saß der bei mir mit dem Fanbus und stand dann im Block neben mir und nahm ein Programm auf und zerriss es einfach und machte daraus Konfetti und freute sich daran. Und da dachte ich mir, was ist denn das für ein Typ? Der wird sich wirklich nicht daran erinnern, aber er war mit dem Tor. Das weiß ich auch noch. Und es haben einige Leute die VfB-Trikots mitgenommen, die beim Casting waren. René, hast du die auch geklaut? Natürlich nicht. Hat ja jeder so als Unterscheidungsmerkmal ein Trikot bekommen mit einer Nummer. Es waren VfB-Trikots, das weiß ich auch noch. Wo hast du vorher gespielt? Im ersten Spiel war es ja vorher, war es ja dann auch noch VfB-Trikots, meine ich sogar. Ja, genau, genau. Ich habe vorher lange Zeit für Spielvereinigungen gespielt, bin das ja vorher dann noch zu Kicker aus Mark Kleeberg. Genau, und dann wäre ich da wahrscheinlich, hätte ich da Männer weitergespielt. Aber dann, wie gesagt, gab es ja das Casting. Und ja, man wurde damals auch dann ein bisschen belächelt, so von einigen Dritten. Naja, klar. Bei mir ist das eigentlich bis heute so, wenn man sich einmal für was entscheidet, dann sollte man das richtig machen. Wie gesagt, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber wie gesagt, dass das so mit den Fans so eine Fahrt aufnimmt und so eine Eigendynamik und auch in der ganzen Stadt so, das war ja nicht absehbar. Ja, und ich muss mal sagen, je länger die Saison dann wurde, beim FC Sachsen-Leipzig lief das dann überhaupt nicht gut, meine ich so, sportlich gesehen. Und dann haben die Fans so gesehen, Mensch, das ist eigentlich viel geiler, was die so haben, was die sich wieder zurückgeholt haben auch. Auch ohne die Geldsorgen in dem Sinne, weil wir waren ja nur kein teurer Kader. Ja, das haben die einfach, das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich habe da jetzt, für mich ist momentan so generell, bis ich wieder die Rückreise in die Vergangenheit, ich war jetzt wieder öfters in Leipzig auch, in drei Wochen auch von meinem Schulabschluss, Jahrgangstreffen und so. Und ja, es war einfach eine krasse Zeit. Ich hatte gerade meinen Schulabschluss gemacht. Wie gesagt, musste ich leider Gottes noch Wehrdienst leisten. Oder Gott sei Dank, hat mich auch geprägt, fehlt einigen Leuten heutzutage. Oder der Zivildienst, das ist egal, es fehlt beides. Und ja, und dann war das halt einfach eine krasse Zeit. Und es ging eigentlich in der Hinsicht doch nur nach vorne. Die Spieler im Zentralstadion, also das Spiel selber konnte ich nicht mitmachen, weil der Oberleutnant, mein Zugführer meinte, nee, geht nicht, wir müssen Samstag Dienst machen. Das war völlig sinnfrei. Das wollte ich tatsächlich nicht sagen, ob du da dabei warst bei dem Spiel. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Da war ich leider nicht dabei, da kam ich dann nur zur Aftershow-Party. Das war natürlich trotzdem auch krass. Da waren ja ehemalige Lokspieler dann auch da. Uli Tomala als Trainer, glaube ich. Nico Scholl, Olaf Marschall. Das war schon cool. Da hatte man auch so ein paar andere Spieler dann nochmal eingeladen. Die waren ja vorher eigentlich auch unerreichbar. Du sagst gerade, du kommst jetzt öfters wieder mal nach Leipzig. Was machst du heute und wo machst du das heute? Ja, ich wohne am Rande von Berlin. Und ja, hat mich beruflich schon zeitig dahin verschlagen. Bin eigentlich jetzt mehr oder weniger 15 Jahre weg. Ja, seit 2006 bin ich weg aus Leipzig und eigentlich auch nicht wieder zurückgekehrt in dem Sinne. Wobei die Knurren ja nie gekappt wurden, weil meine Eltern ja noch da wohnen. Die wohnen noch in der Nähe des Kulkwitzer Sees. Den habe ich letzte Woche wieder auch ein bisschen mehr besucht. Ah ja, bin ich heute eine Runde rumgelaufen, also gejoggt. War schon gut was los um halb, um eins. Ja, habe ich letzte Woche endlich auch mal wieder geschafft und bin ich gleich umgefallen. Sag mal, René, du hast dann viele ehemalige Spieler auch auf dem Platz kennengelernt. Frank Baum hat dann nochmal gespielt. Henning Frenzel hat nochmal gespielt. Hunder Kree hat nochmal gespielt. Bernd Hopsch hat nochmal gespielt. Was war so die Begegnung, mit welchen Spielern war die Begegnung am interessantesten oder am einprägsamsten? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich sage mal, die alten Lokhau Degen kennen ja dann wieder meinen Vater. Das ist so die Generation Europapokal, Frank Baum. Dieter Kühn war noch dabei, meine ich. War mal bei einem Spiel noch dabei. Ja, richtig. Die sind ja fußballerisch trotzdem einfach auch. Man darf ja nicht vergessen, ich meine, mir persönlich war das manchmal zu viel, nicht im negativen Sinne, aber ich fand es halt manchmal übergewertet. Ich meine, ich glaube, nach Weihnachten rum oder vor Weihnachten rum haben wir da eine riesen Autogrammstunde gegeben und waren da locker ein, zwei Stunden da. Kann sich auch keiner vorstellen. Ja. Und die Fans waren heiß auf die Autogramme, ne. Also das ist total faszinierend. Ich war mal irgendwann einkaufen bei meinen Eltern bei Kaufland, wurde ich um ein Autogramm gebeten. Und man muss ja trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Wir waren ja weder Bundesligaspieler noch, ja, nicht mal Oberligaspieler in dem Sinne. Aber ich glaube, was die Leute einfach honoriert haben oder die, die im Stadion auch von Anfang an dabei waren und auch die, die den Vergleich hatten eben zu anderen VfB-Mannschaften, die Leute haben einfach ihr letzte Cent für den Verein gegeben. Und ich glaube, das war das, was die Leute sehen wollten. Der Trainer, der Trainer hat uns immer gut eingestellt bei vielen Sachen, wenn es praktisch überhaupt was zu beachten gab. Aber er hat schon auch, er war auch ein guter Menschenfänger, würde ich sagen. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Er wusste schon, wen er wie zu nehmen hat. Und hat einfach auch im Sinne des Vereins viele Sachen versucht zu forcieren. Und das Ganze, das ganze Jahr einfach auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor zu haben, ne. Die Nummer und Girls waren ja so der Auftakt. Ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat. Da habe ich auch noch eine geile Begegnung. Das muss auch relativ am Anfang gewesen sein. Da hatten sie das Auswärtsteam dann eine Dame im Domina-Kostüm gesteckt. Und ich kam, ja, nichts böse an, das wollte ich ins Stadion gehen. Und auch immer kamen die um die Ecke mit ihrer Maske da. Ja, das war auch ein spitzen Erlebnis. Na, seid ihr euch gekommen, die Domina und du? Ja, nicht so nah. Das ist nicht so mein Ding. René, was mich noch, oder auch interessieren würde, ich habe noch so viele Fragen auch. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Gerade die Auswärtsspiele, ich denke da an das erste Auswärtsspiel in Seehausen, ich denke an Alten, ich denke an Großdäuben. Das waren ja auch, also näher an Fans und näher an Spieler kamen die Fans ja nicht und ihr als Spieler auch nicht an die Fans. Hast du denn auch immer wieder auch, oder wie oft wurdest du angesprochen bei der Erwärmung oder beim Weg zur Kabine? Haben sich da Leute auch mal aufgehalten, wo du sagst, ich muss eigentlich zur Mannschaftssitzung? Gibt es doch sicherlich auch den einen oder anderen, Anführungszeichen, Vorfall. Ja, Vorfall in dem Sinne war ich, das war jetzt an sich nicht das Problem. Wie gesagt, was so das Groheben ausgezeichnet hat, wie gesagt, die Spieler sind einfach für nichts gekommen. Sie haben für nichts gespielt, außer für den Verein. Und sie wussten, jedem war bewusst, welchen Trikot er da trägt, welches Vereinsimpläne, welche Vereinsfarben. Und es wollte natürlich auch jeder der Stadt zeigen, dass es eben anders geht. Und das ging am Ende ja auch anders. Ja, wie gesagt, das ist das Entscheidende. Die Auswärtsspiele, muss ich sagen, waren ja eh immer, ja, das waren ja normale Sportplätze. Also das hatte ja mit Stadion in der Regel nichts zu tun. Die Fans haben sich auch am Anfang an irgendwie noch im Sinne Spaß gemacht. Die haben dann eben mal eine Kremlerfahrt nach Seehausen oder so gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber dann war, glaube ich, noch so ein Spiel hier, Post of Devils, waren ein paar Freunde aus dem Plattenbau, die sich da, glaube ich, als Vereins selbstständig gemacht hatten oder was. Ja, ja, das waren so. Und ansonsten war das ja wirklich, ich kann mich noch, weil, ich glaube, Mike hier nicht im Podcast. Ich habe euren Podcast seit der ersten letzte Woche entdeckt, habe ihn aber seit Freitag gesuchtet. Meine Frau hat schon gewundert was gedacht, was mit mir los ist. Ich habe gesagt, ich muss mir ja wenigstens als Vorbereitung anhören, was die anderen schon erzählt haben. Dann möchte ich denselben Schwachsinn nochmal erzählen. Ja, und Mike Hennisch wurde ja irgendwie gefragt zum Derby. Ich muss sagen, im zweiten Jahr haben wir, glaube ich, dann als zweite Mannschaft gegen Roter Stern 2 gespielt. Das war dann mein Derby. Da muss man einfach sagen, auch wenn es das eben, wie gesagt, das zweite Jahr war, nicht das erste, da war ein Polizeiaufgebot wie zum Derby. Mein Gegenspieler hat mich die ganze Zeit beklingelt als Nazi und Dreckschwein und keine Ahnung, obwohl ich lange Haare hatte. In meiner 70. Minute habe ich ihm dann mal erklärt, nur weil ich hier spiele, bin ich kein Nazi. Politik hat im Sport sowieso nichts zu suchen und Politik macht nicht glücklich. Und das sehen wir heute immer noch. Interessant, ich kann mich erinnern, es gab ja auch als letztes Saisonspiel, war es ein Spiel gegen Einheit Leipzig-Ost, die ja auch eine gewisse Nähe zum 1. FC Lok hatten und danach soll es auch eine relativ feuchtfröhliche Feier gegeben haben. Ja, da kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Also Lok sowieso mit den Hülungsbecken und Whirlpool. Ja, und für Elo war das natürlich auch was ganz Besonderes, weil die ja mit vielen Leuten von uns befreundet waren und dann sind die mit uns aufgestiegen. Silvio Zimmermann, der Mannschaftsbetreuer, durfte auch mitspielen, hat sogar ein Tor gemacht, denke ich. Das waren schon insgesamt absolut verrückte Zeiten. Wie hast du das Trainerteam? Oder sagen wir, es war ja Rainer Lisiewicz erst mal alleine, aber Uwe Tromm hat ja vielleicht trotzdem schon ein bisschen mit unterstützt. Wie hast du den Trainer erlebt oder die Trainer? Trainer kann ich mich noch dran erinnern. Der hat ja ein paar Mal mitgekickt im Training, soweit ihm das körperlich möglich war. Er hatte, glaube ich, auch schon ordentlich zu tun mit den Knien, seine Karriere bedingt. Aber selbst da war der am Ball auch noch gut. Also das war auch schon trotzdem beeindruckend. Und Uwe Tromm, brauche ich nicht zu sagen, der war Bundesligaspieler, hat sich darauf nie was eingebildet. War ein absolutes Vorbild, gerade auch persönlich. Ich sage mal, Fußball spielen können viele, aber auch auf dem Teppich bleiben oder überhaupt. Da muss man wirklich sagen, Hut ab. Das war überragend. Der hat das nie raushängen lassen. Und hat versucht eben, die Mannschaft auch auf seine Art zu führen. Der musste nicht schreien oder irgendwie umplägen, wie der Sachse sagen würde. Das hoffte der einfach nicht. Der hat durch seine Präsenz geführt. Ja, und generell muss man sagen, hat man einfach tolle Charaktere kennengelernt. Tom Franke, Heiko Hennig, den ich jetzt am Wochenende seit ewigen Zeiten wieder gesehen habe. Das sind einfach Persönlichkeiten, zu denen man auch schauen kann. Es gab auch den einen oder anderen bunten Vogel, sage ich mal, oder illustre Persönlichkeit. Ich denke da zum Beispiel an Patrick Hilli als Ersatztorwart. Hat ja auch für die eine oder andere Anekdote, genau, Perle für eine andere Anekdote gesorgt. Ja, Perle war natürlich ein Fall für sich. Man brauchte wahrscheinlich noch einen zweiten Tor wieder. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der mal irgendwann, ich glaube, da hat der sogar gespielt oder was, und musste dringend pinkeln und hat jetzt einfach schnell mit dem Tor gemacht und so. Aber ja, das war dann eher wieder so, naja, lassen wir das. Es war dann auf jeden Fall, es war beim Spiel gegen SV Leipzig 1910, da waren die, Thomas, für dich noch, du warst da an der großen, weiten Welt unterwegs, da waren die Auslinien, waren im Prinzip vom Schneeschieber geschoben. Das war aber kein Rasen, sondern es war halt einfach nur beiseite geschobener Schnee. Und das Spiel spielte sich zu 103 Prozent in der Hälfte von 1910 ab. Ich glaube, Locke gewann 17-0, Dirk Vogt als Neuzugang hat, glaube ich, acht Tore gemacht. Und Patrick Hilli wollte wahrscheinlich auch seinen Auftritt, ist dann neben das Tor pullern gegangen und ist aber anstatt ins Tor zu gegangen, ums halbe Feld rum und hat sich beim Schiedsrichter wieder angemeldet, dass er jetzt aufs Feld geht. Und der hat natürlich gesagt, sag mal, was ist denn mit dir verkehrt, wieso verlässt du einfach das Feld, um dich dann wieder anzumelden, du kriegst die gelbe Karte. Solche Geschichten gab es da. Ich habe alle gelacht, wie bei so einem kleinen Jungen, der irgendwie gerade einen Schabernack gemacht hat. Alle fanden es irgendwie lustig, aber ich glaube, ich habe mich hinter dem Tor sogar warm gemacht. Ich fand es irgendwie nicht ganz so lustig, aber hier können wir drüber lachen. Hättet ihr da zur damaligen Zeit gedacht, dass Locke Leipzig nochmal wieder gegen Jena, gegen Erfurt, gegen Chemie Leipzig, gegen die ganzen Mannschaften spielt? Oder hattet ihr so im Kopf, naja, wir werden jetzt hier mal ein bisschen spielen und mal sehen, was passiert. Und dann ist es in der 8., 9., 10. Liga auch nicht schlecht. Oder habt ihr gesagt, nee, nee, da ist so viel Potenzial, das wird irgendwann wieder etwas größer werden? Ja, das war, glaube ich, wirklich nicht absehbar und darum ging es ja auch gar nicht. Man hat, ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen nochmal, auch Steffen Kuber, das Interview ja nachgehört. Und das stimmt, es ging ja eigentlich, glaube ich, in erster Linie darum, den Nachwuchs aufzufangen. Und dann, ja, brauchte man irgendwie noch eine Männermannschaft. Und das dann, wie schnell oder wie gut man da nur irgendwie vorankommt, ob man jedes Jahr aufgestiegen wäre oder, 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 das konnte ja gar keiner absehen. Dann mal zu dem Zeitpunkt, damals war dann Stahl-Sie da, glaube ich, auch noch, die sich neu gegründet hatten, irgendwie nach Insolvenz oder was. Aber, ja, man hat das ja dann auf anderer Seite forciert durch Fusion, ursprünglich, glaube ich, mit Nauenhof. Und am Ende war es aber, glaube ich, immer anders, da war es über Thurgau dann. Ja, Thurgau, ja, ja, ja. Ja, aber der Ursprung, die Ursprungsmeldung war dann irgendwann mal Nauenhof. Ja, und von daher, man, 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 man wusste schon, glaube ich, es war schon allen Beteiligten klar oder, ich sag mal, vielen, die vorausgedacht haben, dass man das Eisen schon schwiegen muss, solange es heiß ist. Und dass die Leute nur nicht ewig kommen zum Kreis, das ist Fußball, vermutlich. Zumindest nicht in den, in der Anzahl, die man da gekommen ist. Man hatte ja dann noch das Hertha-Spiel mitten in der Saison. Da war, glaube ich, die Mannschaft sogar noch auf dem Hertha-Geländer eingeladen. Da konnte ich dann auch wieder nicht, weil ich arbeiten musste. Das war natürlich auch Wahnsinn. Da haben die Fans hier alle gevotet und geklickt, was das Zeug hielt. War ja auch YouTube und alles noch nicht so. Das gab es ja noch nicht mit Instagram oder irgendeinem Follower hier oder da. Das war wirklich alles Mundpropaganda und meldet mal an und klickt mal. Und dann haben die das Ding gezogen und haben das Spiel für uns da gewonnen. Paldada, da bin ich nur hinterhergerannt. Aber ein Tor hat Locke gemacht. Ja, ich glaube, das Maskottchen hat auch irgendwie noch mitgespielt von Hertha oder so. Andreas Thoben haben sie eingewechselt. Die haben sie ausgepfiffen, ne? Richtig, die haben sie ausgepfiffen. Weil der vom BFC kam. Richtig, genau. Also ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich das Blache-Stadion so voll erlebt habe. Es waren 13.000 Zuschauer. Das war Udo Latzek, war auf der Trainerbank beim 1. FC Locke. Neben Rainer Lisewitsch, hinterm Tor gab es irgendwelche Kameras. Und aber auch jedes Mal, wenn ein Tor fiel, glaube ich, gab es irgendwie ein Feuerwerk. Das war und irgendeine, wie hieß denn diese Sängerin oder DJ oder so, die da war? Celina Lopez oder so ähnlich hieß die, glaube ich? Ne, das ist die heulige Frau von dem Komiker, die jetzt beim Traumschiff mitspielt. Jetzt komme ich aber auch nicht gerade auf den Namen, weil ich habe noch ein Foto mit der gemacht. Ich finde, den finde ich noch raus. Colin Fernandes. Colin Fernandes, so war es. Ich fand die ja total toll. Ich habe mit ihr noch ein Foto gemacht. Und meine Tochter, wenn die mit der Traumschiff heute guckt, kann ich der immer sagen, ich habe schon ein Foto mit. Leider finde ich es nicht mehr. Man muss festhalten, René, dass du dank des 1. FC Locke Leipzig viele, viele Frauenbekanntschaften geschlossen hast. Von der Domina bis zu Fernandes. Also hat es sich ja zumindest, was das angeht, schon mal gelohnt. Wirst du deine Zeit bei Locke Leipzig im Nachgang heute bewerten als Erfahrung, die du dich missen willst? Oder hättest du lieber in einer anderen Mannschaft gespielt mit deinen Fähigkeiten und gesagt, vielleicht wäre ja dann viel mehr drin gewesen? Naja, erstens zu den Frauenbekanntschaften kann ich so viel sagen, dass ich damals nur meine Freundin hatte. Und dass andere, glaube ich, mehr Frauenfreundschaften pflegen konnten, weil es das eine oder andere Kaltgetränk in den einschlägigen Lokalen in Leipzig gab. Auf Alpenmacht. Diejenigen, die das öfters waren, die wissen, was ich meine. Und von daher, ja, und ansonsten, mir ging es gut bei Locke. Ich habe da sehr viel gelernt von allen und jedem, in jede Richtung, auch fürs Leben. Viel über Persönlichkeiten und ich möchte die Zeit nicht missen. Da kann man nicht meckern. Fußballerisch sowieso viel gelernt. Da kann man nicht meckern. Und ob es jetzt woanders gewesen wäre, das mag ich zu bezweifeln. Weil dieses Fanaufkommen, das man hatte, diese Aufmerksamkeit, die kriegen ja viele Leute nicht mal in der vierten Liga. Also ich meine, die Regionalliga ist schon auch mittlerweile was Besonderes. Damals vor der Oberliga, da haben Sonderhausen und was weiß ich nicht wer gespielt. Die hatten auch nicht das Zuschaueraufkommen, was wir hatten. Nicht mal an ihr. Und welcher Fußballer kann schon behaupten, egal ob Kreisklasse oder manche Drittligisten, haben nicht vor 12.000 Zuschauern gespielt. Ja, und von daher, also war eine super Zeit. Na, ich stelle mir mal vor, du gehst abends in Berlin irgendwo mal aus, sitzt am Tisch mit jemandem und sagst, naja, ich, als ich 18 war, habe ich so Vertragsverhandlungen halbwegs mit Lothar Matthäus geführt, weil ich den zum Verein holen sollte. Dann würde ich gerne mal sehen, die Gesichtsausdrücke von demjenigen, dem du das gerade erzählt hast, die Geschichte alleine, die kann dir keiner nehmen. Und erzählst du die manchmal? Ja, selten. Wie gesagt, ich bin nicht so jemand, der, oder ich denke, dass ich nicht jemand bin, der Geschichten großartig erzählt. Wie gesagt, meine Tochter weiß schon nicht mal, wer Lothar Matthäus ist, obwohl der ja noch relativ präsent im Fernsehen ist. Und generell, der Nachwuchs interessiert sich für Cristiano Ronaldo und sein teures Leben. Und von daher, wie gesagt, für mich persönlich war das einfach eine mega Erfahrung, weil das für mich der Spieler war seit jeher. Und von daher war das alles in Ordnung. Und jeder, der mich fragt, der kann die Geschichte hören. Jetzt hören Sie ein paar mehr nach heute Abend. Und manche Sachen kann man gar nicht so fassen. Das glaube ich. Wir haben mit Matthäus begonnen. Ich würde gerne mit Matthäus enden. Erzähl mal, wie das Spiel, der Spieltag mit ihm dann letztlich war. Der Spieltag war, ich müsste überlegen, ich glaube, das war sogar ein Freitagabendspiel, schmuttlich, würde ich jetzt spontan sagen, oder? Gegen SV Ost. Ja. Ich musste noch arbeiten und hatte zu tun, über die Autobahn für mich nach Leipzig zu kommen. Das hat alles geklappt. Von Anfang an habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Und ansonsten war er ja locker drauf. Er hat auch wirklich, glaube ich, nochmal am Anfang ein Statement gesagt, dass er jetzt einer von uns ist, dass er nicht anders behandelt werden will. Und das hat er, glaube ich, auch von Anfang bis Ende gezeigt, so wie er gespielt hat. Das muss man einfach sagen. Tja, René, das war mega interessant. Wir haben jetzt über eine halbe Stunde geredet. Es gab mal die Überlegung, ein Buch über diese erste Saison zu machen. Ich glaube, wenn es das tatsächlich gibt, wird dieser Podcast ein Ausgangspunkt sein und das persönliche Gespräch mit dir über die einzelnen Details. Ein zweiter. Danke, dass du dabei warst. Schön, dass der Kontakt wieder hergestellt wurde. Wir haben uns ja vor 20 Jahren gekannt und gesehen und seitdem ja auch nicht wieder. Hat mich sehr gefreut, René. Und für deine kleine Familie und für dich alles Gute in der Zukunft. Ja, vielen Dank. Und ich möchte bitte nochmal daran erinnern, wen man nicht vergessen darf. Steffen Kubald, Katrin Talhorn, Jens Götter. Der kannte mich schon als kleinen Jungen. Ich glaube, sie hat sich tierisch gefreut, als ich mich damals beworben habe. Und viele, viele andere, wo mir vielleicht die Namen jetzt nicht mehr so einfallen oder die mir einfach nicht mehr so präsent sind. Wenn man manche Sachen oder Leute immer kritisiert, ist das das eine. Aber ohne die Leute wird es den Verein nicht geben. Und sie haben viele Sachen ohne Studium gemacht. Da hat keiner Sportmanagement studiert oder so. Ich habe das am Wochenende auch nochmal gesagt. Und am Anfang haben alle den Verein und die Leute belächelt, auch die Stadt selber. Und ich glaube, der Verein hat in Verbindung mit Fans und den Leuten gezeigt, was möglich ist, wenn alle zusammenhalten. Dann danke euch allen nochmal an dieser Stelle für das, was ihr damals vor 20 Jahren getan habt. Viele Grüße auch an deine Familie. Und wir freuen uns, wenn wir dich dann demnächst wieder mal in Leipzig im Stadion und Bruno sehen. Sehr gerne. War ein schönes Wochenende. Ja. Teilweise. Ciao. Ciao. Tschüss. Und unser zweiter Gast heute René Rosberg, der vieles Interessantes und für mich Neues erzählt hat. Du selber warst ja damals sozusagen dabei. Wir haben gehört, dass du, das wissen wir ja, dass du als Torwart oder als Spieler dich beworben hast beim Casting. Er hat das ja sehr, sehr diplomatisch umschrieben, als ich ihn provozieren wollte, deine Leistung zu bewerten. Aber dass der stellvertretende Chefredakteur dabei war, das wusste ich noch nicht. Siehst du? Es gibt tatsächlich auch ein Foto von uns beiden, die wir uns damals noch nicht kannten. Aber wir haben auf einem Foto dann festgestellt, dass wir beide da darauf zu sehen sind. Und ich habe ja damals den strategischen Fehler begangen. Ich war ja, bis ich 18 war, also nur in der Jugendzeit war ich ja Torhüter. Habe am Anfang Libero gespielt, dann bin ich freiwillig ins Tor, habe zehn Jahre im Tor gespielt. Und hatte dann mit 18, 19 gedacht, ach komm, lass mal aufs Feld wieder gehen. Das hat eigentlich Laune gemacht. Und wusste dann nicht so recht, welche Position und so. Und habe mich bei dem Casting eben nicht als Torhüter vorgestellt, sondern als Feldspieler. Habe dort Ausverteidiger gespielt. Habe das auch ordentlich gemacht, muss ich sagen. Sagst du. Ja, sage ich. Bin auch nicht abgefallen. Und dann lief das ja so. Das stand ja in der Zeitung und dann bin ich da hingerammelt. Und dann waren da 40 Spieler oder so in der Kabine. Und für jeden gab es ein Trikot mit einer Nummer. Und dann hat sich Lisiewicz die Nummer notiert mit dem Namen. Und dann hat er mal geguckt. Aha, die 13, nee, das ist nicht. Und dann nach dem Spiel wurde er angetreten an der weißen Linie. Und dann hat er die Namen vorgelesen. Und dann hat er gesagt, bleib'n da. Und da fiel der Name Hofmann. Da fiel der Name Hofmann. Und dann dachte ich mir, hä, ich? Also ich habe es ordentlich gemacht, aber ich hätte so. Und dann bin ich zu dem Training hin. Da gab es noch einen zweiten Hofmann. Nee, nee, Marco Hofmann. Das bist du natürlich. Ich so, ja, das bin ich. Da war ich natürlich übelst glücklich. Ich weiß noch, an dem Tag war ein Ärztekonzert in der Arena, wo ich Karten hatte. Was dazu führt, dass mein Vater quasi mit quietschenden Reifen vom Gelände gefahren ist. Mich so nah an die Arena gefahren hat, wie es noch ging. Mein Bruder war dort. Dem habe ich das natürlich sofort prüfen und mir erzählt. Ich war dabei. Ich bin im Kader. Egal, ob jetzt dritte Kreis oder nicht. Spiel für Lok. War mega. Und dann kam es aber so, dass Reinhard Lisewitsch mich eine Woche später anrief. Da war ich zur Berufsschule in Erfurt, wie gesagt. Und hatte dieses erste Casting. Da dachte ich mir, da gehe ich nicht hin. Das ist irgendwie komisch. Dann habe ich auch gehört, was das für ein Erfolg war und wie das ablief. Bin ich zum zweiten Casting hin. Beim dritten Casting konnte ich nicht. Da war ich in Erfurt in der Berufsschule. Und dachte mir, das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil ich ja den Platz sicher habe. Und dann kriegte ich einen Anruf. Weiß ich noch wie heute. Gehe ich in Netto rein, dort in Erfurt und kriege den Anruf. Ja, Marco, ich muss dir da mitteilen. Du bist wieder raus aus dem Kader. Kamen jetzt ein paar neue. Daniel Nassada zum Beispiel war dann vorgespielt. Den hat er da mit reingenommen, der auch besser war. Und so war ich raus aus dem Kader. War natürlich mega enttäuscht. Hatte mir den Spielplan schon auf Arbeit hinter meinen Schreibtisch gehängt. War damals noch Auszubildender. Und war dann traurig. Aber ohne das, ohne diesen Rausschmiss aus dem Kader, würde es Lockruf nicht geben. Weil das ist ja das, was dann am Ende daraus entstanden ist. Am 10.12.2004 war ja die Premiere für Lockruf. Die mit dem Fußball, der in der dritten Kreisgasse gespielt wurde, von unserer Mannschaft zu tun hatte. Denn es gab dann, es gab schon das Internetforum und so weiter. Und es gab halt Menschen, die sagten, ey, ich wohne in, ich kann nicht ins Stadion kommen. Ich würde aber interessieren, wie das Spiel läuft. Und ich denke, ja, der Firefighter, den der eine oder andere auch kennt, war einer, die haben dann angeboten, SMS-Tigger zu machen. Das Problem war aber, okay, SMS-Tigger ist irgendwie sinnlos, wenn das Spiel 20.0 ausgeht. Weil eh du getippt hattest, wer das 2.0 geschossen hat oder das 3.0, war schon das 4. und 5. gefallen. Und du musstest das ja an verschiedene Leute verschicken. Und ich denke, damals war es auch so, man konnte SMS nur an 5 Leute gleichzeitig verschicken. War ja SMS kein WhatsApp. Also war SMS-Tigger auch wie doof. Also hat man überlegt, was könnte man machen? Eine Webcam aufstellen. Hm, eine Webcam. Auf der Tribüne, okay. Aber da hat dann jemand schlau gesagt, naja, eine Webcam schickt ein Bild pro Minute. Das ist ja auch irgendwie sinnlos. Das ist ja keine Live-Übertragung. Das können wir machen, das können wir machen. Wie wäre es denn mit einem Internetradio? Und da haben sich dann verschiedene Leute bereit erklärt. René Kruschka, dem es leider gar nicht so gut geht, aber der war mit dabei am Anfang. Der hat sozusagen die ganze Technik und das Studio gestellt und so eine Anschubfinanzierung quasi möglich gemacht, um halt ein Telefon zu holen und was der Fuchs was. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen Spenden ein. Da weiß ich noch, bin ich zur Deutschen Bank gefahren, habe dort ein zusätzliches Konto eröffnet, was sozusagen mein, also als Spendenkonto sozusagen dann fungierte. Und Enrico Böhm, der dann relativ zeitig, also nach zwei Jahren ausgeschieden ist, war dann sozusagen der, der die Technik in Leipzig betreut hat. Also der dafür gesorgt hat, dass die Homepage immer aktuell war. Der hat die programmiert, der hat die aktuell gehalten, der hat die Übertragung mitgemacht mit mir. Und Lothar Matthäus war sozusagen dann eines der vielen Highlights von Lockruf. Den wollte ich interviewen, der wurde ja ausgewechselt, 74. Minute. Und wir hatten ja damals, gab es im Innenraum jetzt keinen, irgendwie der darf nur hinter dem Tor sein und der eben auf der Geraden oder so. Also bin ich hin mit meinem Handy. Vertrag war damals bei Base, weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das war Anrufe aufs Festnetz kostenlos, was für uns lukrativer und im E-Plus-Netz, weil wir ja immer, die erste Lockruftechnik war ja, wir rufen bei René Kruschka in Mannheim an. Der hat dort den Rechner, dort geht das Mikrofon theoretisch rein, was praktisch nicht ging, denn der hat irgendwie das Telefon, sein Festnetztelefon mit dem Rechner verbunden und hat dann ein Mikrofon aufs Telefon gelegt. Nee, das war anders. Das Mikrofon war mit dem Rechner verbunden und das Mikrofon lag auf dem Telefon. Das Telefon war auf Lautsprecher und hat sozusagen das, was ich erzählt habe, in den Rechner übertragen oder Enrico. Und das war am Anfang zu leise, weswegen er sich ein Telefon für Schwerhörige geholt hat, was man auf 1.800 Dezibel stehen konnte. Und dann funktionierte das. So haben wir das gemacht. Vor dem Spiel immer Live-Ticker noch, das hat jemand Live-Ticker gemacht, der Lockruf gehört hat, Mike Meilig, Meiligke, glaube ich, Meilig, Meiligke. Liebe Grüße an ihn und weiß gar nicht, wo er sich gerade noch rumtreibt. Und den habe ich vorher angerufen, habe alle Namen durchgesagt. Bei Lock war er relativ einfach, aber vom Gegner. Es gab damals keine Datenbanken mit Spielern von 3. Kreisklasse. Das heißt, er hat die alle händisch eingetragen. Und Menschen heißen ja nicht alle Müller, Meiliger, Schulze. Selbst bei Meiliger wird es ja schon schwer mit EI oder mit AI oder mit AY oder EY. Das haben wir vor dem Spiel gemacht und dann die Übertragung. Und René Kuschka saß da mit einem User namens Club Eule, auch so ein Exilokist. Die haben dann so eine Art Halbzeitbesprechung vor dem Spiel gemacht. Und ich bin dann zu Matthäus, das wollte ich eigentlich sagen, mit meinem Base-Handy und so einer Freisprecher. Also der hatte man so hinter das Ohr geklemmt, weißt du, so eine Art Mikrofon. Und bin zu ihm hin und sage, hier, Matthäus wird gerne ein Interview führen und so. Und der hat wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für eine Mickey Maus? Und er hat gesagt, nee, komm, geh mal weg. Ich will jetzt hier in Ruhe Fußball gucken. Das war meine Begegnung mit meinem großen Idol-Lotter Matthäus. So fing als Lockruf an das heute älteste sendende Fanradio Deutschlands. Viele Grüße nach Leutsch, weil die haben da nicht ganz wenig Anteil gehabt. Da gab es ja auch ein bisschen technische Unterstützung von denen, glaube ich, damals, wo es losging. Und die Musik seines ältesten Rad ist nicht so, weil wir senden ja durch. Also viele Grüße nach Leutsch. Also die Leutscher Welle existierte damals. Die waren sozusagen die Ersten. Aber Lutz Walter, der das ins Leben gerufen hatte, hat ja jetzt irgendwie mit der neuen BSG, glaube ich, nicht mehr ganz so zurechtgekommen. Und dort ist er mehr oder weniger eine unerwünschte Person, so wie ich das verstehe. Und in Leutsch gibt es das Fünfeck FM jetzt, die übertragen. Aber das sind eben unterschiedliche Paar Schuhe. Und Lockruf ist eben seit 10.12.2004 auf Sendung seit fast 20 Jahren mittlerweile. Und es begann mit einem 4-0 gegen die SK Repitz. Bernd Hopsch übrigens damals hat sich auf sein Interview mit meiner Freisprecher eingelassen. Er hat zwar blöd geguckt, er hat damals gespielt, aber er hat dort Fragen beantwortet, tatsächlich. Eine absolut wilde und unvergessliche Zeit. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese Zeit denke, weil, wie René das sagte, Propseida war eigentlich tot. Sportlich, dritte Kreisklasse, finanziell war natürlich der VfB im Insolvenzverfahren. Der 1. FC Lok, ja, soll den Nachwuchs auffangen, heeres Ziel, aber wo gehe ich denn am Wochenende hin? Und, okay, es gibt diese erste Männermannschaft, gehen wir mal da hin. Und dann gehst du zum ersten Spiel und dann ist das Stadion dort pickepacke voll. Und du denkst, wo kommen die alle her? Und vor allem, was ist denn mit denen los? Also so eine Stimmung. Reino Lisiewicz hatte gesagt dann im Interview nach dem Spiel der Zeitung, also das hatte Europapokal-Atmosphäre. Und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, wie eigentlich sagt man, cheesy. Irgendwie komisch, übertrieben, was auch immer. Aber ich muss sagen, ich habe bis dahin, und ich bin ja da auch schon neun Jahre nach Propseida gegangen und auch selten danach, so eine, muss ich das richtige Adjektiv suchen, so eine fatalistisch, würde ich vielleicht, ja, geht vielleicht in diese Richtung, so eine fatalistische Stimmung gesehen, so eine, ihr dachtet alle, wir sind tot, was? Aber wir sind hier und wir sind bereit, alles dafür zu tun, dass das hier nicht einmalig ist. Und dort habe ich Menschen gesehen, eine Anfeuerung gesehen, Ekstase gesehen, Jubel gesehen. Das kannte ich aus Propseida in der Form, in der Masse auch nicht. Also dass es begeisterungsfähige Zuschauer gibt, ja, aber dass dort eine ganze Tribüne und ein ganzer Damsitz im Prinzip außer Rand und Band ist für 90 Minuten in einem Spiel gegen den TSV Böllitz-Ernberg, das überstieg einfach meine Vorstellungskraft. Das ist heute 20 Jahre her und das sind Momente, die mir absolut präsent sind. Das 1-0 fällt, 13 Minuten waren, vor dem Glück, der Rückpass, René Häuser umkurft den Torhüter, schiebt den Ball ein und dann sind erstmal alle elf Spieler dort, haben den Diver vor der Tribüne gemacht. Es gab ein Feuerwerk nach dem Spiel, es gab, weiß nicht wie viele Ehrenrunden und so. Es war einfach unfassbar und mit diesem Spiel beginnt die große Historie des neuen 1. FC Lok. Woran ist die Karriere von unserem stellvertretenden Chefredakteur gescheitert? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ist ja auch vieles Tagesform abhängig. Es ist auch davon abhängig, ob Leute genau dahin gucken, wo du eine Ballaktion hast. Geht darum, hast du jetzt vielleicht schon zehn Verteidiger auf deiner Liste und sagst, das könnte was sein und er ist eben von den zehn dann nicht genommen worden. Das ist im Probetraining immer schwierig. Deswegen war ich damals auch überrascht, ohne zu wissen, wie schwer das in dem Probetraining ist. Aber wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Regionalliga-Probetraining, du bist Probespieler, sind vielleicht zwei, drei andere noch dabei. Da gucken viele Leute auf dich und dann sind zwei, drei Aktionen vielleicht schlecht. Dann sagt der eine schon, das ist keiner. Dann ein anderer sagt vielleicht, nee, warte mal, guck ihn dir nochmal richtig an. Der hat die und die Bewegung drauf. Und dann kommt es halt darauf an, ob diese Person, die noch an dich glaubt sozusagen, weiter bis zum Schluss dran glaubt, dass was mit dir wird. Und dass du denjenigen überzeugen kannst, der eben nicht mehr dran glaubt. Und ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe relativ solide da linke Bahn gespielt, wo ich Rechtsfuß bin. Habe keinen Fehlpass gespielt, habe mich immer wieder gut da für meine Verhältnisse bewegt, weil ich auch kein Überfußballer. Und vielleicht hat Rainer da in dem Moment einfach hingeguckt. Und bei Matthias hat er vielleicht aus den 40 Mann nicht rausgestochen. Oder Rainer hat halt in einem falschen Moment hingeguckt. Kann alles sein. Du hast vorhin Thomas Löwe erwähnt, mehrmals. Ja. Und was fällt dir oder was muss uns einfallen, wenn der Name Thomas Löwe fällt? Äh, ehrenspielführer des Podcastes. Ja, das ist ja klar, das ist ja gesetzt. Aber die Feuertonne. Die Feuertonne. Du willst also gar nicht mehr über die Saison 2004 jetzt reden. Das ist ja zu langweilig. Nee, das ist mir nicht zu langweilig, aber schauen wir auf die Uhr. Darf ich noch eine Anekdote erzählen? Eine einzige. Aber geh erst auf die Feuertonne ein. Feuertonne finde ich mega. Ich finde, das ist ein bisschen wie das Kurpapier der Gesamtgesellschaft. Das ist die Feuertonne für den Lok-Fan. Es ist pures Gold. Nicht pures Gold, aus dem es besteht, sondern wer sie hat, der wird sie nicht missen wollen. An die neue Feuertonne. Und es gab immer welche und dann gab es keine. Und Thomas hat, glaube ich, zwei. Und deswegen, die Feuertonne ist wieder zu haben. Das war so zur Corona-Zeit oder erste Corona-Welle oder so, wo die Feuertonne eine Rolle spielte, meine ich mich. Ja, das war zumindest zu Zeiten, als wir jede Woche mit Thomas Live-Sendungen gemacht haben oder Podcast, ja. Das waren Zeiten. Manchmal waren das schöne Zeiten. Er hat auch eine Katze gehabt und hat sich aber nicht wie du auf die Katze draufgesetzt. Das möchte ich auch noch festhalten. Das stimmt, aber dafür ist die Katze weg. Schon seit Weihnachten. Das war die Krönung von Thomas Löwes letztem Jahr mit allem, was da zustande gekommen ist. dass Richard, der im Podcast auch keine unwissentliche Rolle gespielt hat, einfach zwischen Weihnachten neuer das Haus verlassen hat, so wie jeden Morgen aber nicht zurückgekehrt ist. Und ich habe ihn im Juli getroffen. Richard. Ne, Thomas. Und habe gefragt, wie geht es Richard. Er sagt, er ist weg. Wir haben überall gesucht. Wir haben alle Keller und Fenster und alle potenziellen Fallen eigentlich unter die Lupe genommen. Er war nicht mehr da, haben gerufen und so weiter. Richard ist weg. Also Richard, falls du uns hörst, geh bitte sofort wieder nach Hause. Richard, bitte melde dich. Bitte melde dich. Du wolltest noch was über die Saison vor 20 Jahren erzählen. Eigentlich habe ich nur gehofft, dass ich nochmal reden darf, damit ich noch viel mehr erzählen kann. Dieses verrückte Jahr mit diesen Dorfplätzen, deswegen hatte ich vorhin bei René so gefragt. Ich kann mich erinnern, erstes Auswärtsspiel, SG Seehausen, Kremserfahrt. Ich glaube, es war eher ein Doppeldecker-Bus dort, weil die Kremserfahrt war, glaube ich, nach Großbösner. Ist ein Spieler, Maik Henig ist mit uns, mit dem Kremser da vom Plache-Stadion nach Großbösner gefahren. Gab es einen Wechselgesang von Kremser zu Kremser. Tatsächlich. Wir fuhren dort auf dieser Straße von Liebert Wolkis nach Großbösner und dann wurde der angestimmt. Es waren drei Kremser und los ging es. Der Wechselgesang übrigens auch ein Kind des neuen 1. FC Lok. Der ist entstanden im Zentralstadion beim Spiel gegen Großdolpen. Da haben sich einfach drei, vier Leute aus der Kurve auf die Gegenrate gestellt, haben Richtung Kurve FC gerufen. Und dann irgendwann war das sozusagen ein sicheres Ding. Jedenfalls die Kremserfahrt nach Großbösner. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, AC Taucher, ne Entschuldigung, zweites, erstes Auswärtsspiel Seehausen, stand ich neben dem Torpfosten. Uns hat keinen interessiert. Erst später hat man dann so mit Baustellenband und so Metallstäben das Spielfeld ein bisschen abgegrenzt. Aber beim AC Taucher zum Beispiel, der einen Fußballplatz besitzt, der so fünf, sechs Prozent oder drei Prozent Neigung hat. Da stand ich beim Schiedsrichter in der Kabine und habe mir während er sich umzog, während er sich umzog, die Mannschaftsaufstellung notiert. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, warum, weil Lokruf gab es da noch nicht. Aber ich kann mich erinnern, die Kabine war im Meter mal zwei. Der Schiedsrichter war, fühlte viel aus von der Kabine. Und ich saß dort am Tisch und habe, während er sich umzog, die Aufstellung notiert. Und dann könnte ich noch ewig erzählen, aber du hast recht, es wird dann auch hinten raus ein bisschen spät. Ich sage, alle, die damals dabei waren, die das wirklich gewagt haben, das Abenteuer, die werden tausend eine Geschichte erzählen können. Ich bin froh, dass die Saison dann auch vorbei war mit einer Fusion, der 1. Hälfte zurück aufsteigen konnte, weil es dann auch irgendwann ging komisch. Aber wenn du ins Stadion gehst und weißt, es geht heute 20, 15, 18, 0 aus, dann ist irgendwie auch sinnlos. Wir kommen gleich nochmal zu diesen Zeiten, denn wir haben noch ein Quiz, was für dich nochmal ein bisschen gedankenanstrengend bedeutet. Ich habe es vorhin schon, glaube ich, angeteasert. Jens Hirschmann ist das wandelnde Lexikon des 1. FC Lok Leipzig im Verbund mit André Göre. Statistische Lexikon, ja, genau. Und es gab das 3.500. Pflichtspiel in unserer Vereinsgeschichte. Und für alle Statistiker und Freunde von langen Zahlen gibt es da eine Menge Zahlen. Ich würde einfach mal anfangen, die vorzulesen. Und wenn es dann spannend wird, stelle ich dir die Frage, ob du da Sachen weißt. Bist du damit einverstanden? Fangen wir an. Also erstmal fangen wir an, so ein bisschen grob die Statistik. 3.400, 4.900, das Spiel gab es, also das war der 5. 1.819 Siege, 690 Unentschieden und 979 Niederlagen. Elf Spiele wurden ohne Wertung abgebrochen. Ui, was ist denn da los gewesen? Willkommen beim 1. FC Lok. Es waren 123 Europa-Pokalspiele, 3.010 Meisterschafts, 328 Pokal und 38 sonstige Spiele. Diese Spiele absolvierten wir als VfB Leipzig, VfB Sportbrüder, also VfB Leipzig 1.345, Sportbrüder 17, SG Propsteider 70, BSG Erich Zeigner 28, BSG Einheit Ost 117, SC Rotation Leipzig 244, SC Leipzig 107, 1. FC Lok Leipzig 1.447 und der 1. FC Lokomotive Leipzig Verein für Bewegungsspiele 124 Mal. So, jetzt geht's los für dich. Die Top 10 Spieler, die die meisten Pflichtspieleinsätze hatten, waren mit der Nummer 1. Henning Frenzel. Falsch. Na ja, stimmt, ist falsch. Ronald Krea. Auch falsch. Oh, scheiße, das ist so ein Ding wie, wenn du Mathelehrer 10x10 fragst und der 200 sagt. Mann, oh, nee, warte, warte, warte. Einmal darfst du noch. Oh. Tick, tack, 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 tick, tick, tack, tick, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Warte mal, warte mal, warte mal, es muss ja einer aus der, also ich denke, es war einer aus dieser 87er Mannschaft, Matthias Liebers. Mensch, oh. Hast du das jetzt gegoogelt? Nee, hab ich nicht. Ich habe konzentriert in mein unaufgeräumtes Regal geguckt. So, wie viele Spiele waren es dann? Ah, 463 oder sowas. Falsch, ich sage dir, es ist 540, Platz 2. Aber das war mit Freundschaftsspielen wahrscheinlich, ist das. Die Top 10 Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen. Haben wir doch gerade gehabt, oder? Matthias Liebers. Ja, genau, und Platz 2, ach, Platz 2 bei denen, ach so. Also nicht Freundschaftsspiele, also Matthias Liebers auf Platz 1. Dann sage ich jetzt Ronald Greer. Auch falsch. Dann Henning Frenzel. Richtig, 505, Platz 3. Ich dachte immer, Henning Frenzel hatte irgendwas mit 340. 506, 505 steht hier. Nee, 420 und dann hat er es 421 gegen Poundshof gemacht. Naja, gut. Ach so, naja, klar, die SC Leipzig spiele aber ich wahrscheinlich nicht dann mitgezählt. So, Platz 3 wolltest du jetzt wissen? Ronald Greer. Falsch. Ah! Es läuft für dich. René Müller. Falsch. Wolfram Löwe mit 456 spielen. Naja, das stimmt, ist naheliegend, ja. Den Rest lese ich jetzt vor. Wolfgang Altmann ist bestimmt noch mit dabei, oder? Ja, warte, aber erst kommt Manfred Geisner mit 445, dann kommt Wolfgang Altmann mit 443, dann kommt... Ronald Greer? Nee, Frank Edmold mit 404, dann kommt Matthias Lindner mit 401, dann kommt Peter Gießner mit 394, dann kommt Michael Faber mit 385 und Dieter Kühn mit 376. Kein Ronald Greer. Wie komme ich denn auf Ronald Greer? Naja, wer weiß. Jetzt die nächste Frage für dich, und die ist nicht einfach. Die meisten Pflichtspieltore hat wer geschossen? René Häusl. Mit 194, Platz 2? Henning Frenzel. Paul Pömpner, 190. Ah ja, Paul Pömpner, ja stimmt, das ist an der Vorkriegszeit. Paul ist auch schon... Platz 3? Henning Frenzel. Ja, 180, Platz 4? Wolfram Löwe. Dieter Kühn, 171, Platz 5? Wolfram Löwe. 151, Platz 6? Hat Wolfram Löwe genauso viele wie Dieter Kühn? Nee, Dieter Kühn hat 171, Wolfram Löwe hat 151. Jetzt wird es spannend, Platz 6? Platz 6? Also sowas wie 120, 130. Hans Richter? Nee, der hat nicht so viele Tore gemacht für Lok. Jamal Sijane, 121 steht hier. Ach, ja, gut, ja klar, das ist eine große Lücke. Jamal Sijane, ja. Reinhard Dröchler mit 103, dann kommt Martin Schön mit 38. Ach nee, Martin Miet hat auch 15 geschossen. Rudolf Groß, das sind alles wahrscheinlich Spieler aus der ganz frühen Zeit. Ja, oder zwischen 45 und 63. Und dann noch Eduard Pennendorf mit 83. So, jetzt kommen die Trainer mit den meisten Pflichtspielen. Oh, das ist schwer. Längs der Amtszeit, denke ich, müsste Heiko Scholz sein. Aber ob der die meisten Spieler hat, ich sage mal Heiko Scholz. Nee. Dann ist bestimmt irgendeiner von vorm Krieg. Die Trainer mit den meisten Pflichtspieleinsätzen. Ach, Pflichtspieleinsätzen, also genau, wo sie Trainer waren. Darfst du nochmal raten. Dann ist Reinhard, nee, Reinhard Seewitsch hat ja nicht so viele, weil das alles so 26er liegen, also drei, 14er liegen waren. Thomale war von 85 bis 90, sind fünf Jahre. Haro Müller war nicht viel länger. Ach, was ist mit Scherbaum? Nein, Hans-Undrich Thomale mit 202. Doch. Auf Platz zwei. Heiko Scholz. Haro Müller mit 195. Auf Platz drei. Heiko Scholz. Horst Scherbaum, 175. Du sagst recht viel, Heiko Scholz. Denk dran, was ich vorher erzählt habe. Auf Platz vier. Heiko Scholz. Nee, jetzt aber. Reinhard Seewitsch. Jawohl, 169 auf Platz fünf. Den kenne ich gar nicht. Jetzt muss Heiko Scholz kommen. Nee. Aber wie kann denn das sein, dass der länger als einer Reinhard Seewitsch-Trainer war? Jetzt kommt aber jemand, den ich gar nicht kenne, wahrscheinlich auch vor Kriegszeiten. Ich sage mal den Namen, Johannes Studner. Studner mit 168. Und jetzt kommt. Ja, Hans Studner, das ist die Phase mit Benfica und so weiter und so fort. Jetzt kommt Heiko Scholz. Herrlich. 168 Spieler. 168 Spieler nur, das verstehe ich nicht. Der hat ja von 2013 übernommen bis 2018, sind fünf Jahre. Reinhard Seewitsch hat von 2004 bis 2009 und hat auch nur, sag mal. Ein Spiel mehr. Ein Spiel mehr hat Heiko, äh, hat Heiko Scholz. Ja. Naja, 169 und Heiko hat 168. Ah, okay. Gut. Und der Studner, Hans, was hatte der? Ja, auch 168. Gleich auch mit Reinhard Seewitsch. Also die sind alle so nah beieinander. Okay. Naja, das ergibt es jetzt hin. Jetzt kommt noch, das brauchst du nicht. Oder du kannst noch warten. Die häufigsten Pflichtspielgegner waren. Ja, gefühlt der VfB Auerbach. Aber, ähm, das ist ja nur die Neuzeit. Ähm, naja, irgendwie was aus der Oberliga der BFC. Zwickau mit 136. Das hat man, glaube ich, auch schon mal. Ja, Platz 2. Platz 2. Ähm, was, wie viel 100? 136 Zwickau, Platz 2. Dann müsste irgendwann Leutsch kommen. Die haben ja jetzt, glaube ich, 111. Aber dann ist bestimmt noch immer dazwischen. Jena. Richtig. Dann kommt Leutsch mit 111. Dann kommt. Dann kommt der BFC. Dann kommt, ne, der BFC, Mann. Ja, ne, ne, BFC ist zu weit weg. Ähm, warte, 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 warte. Karmarkstadt. Ne, Rot-Weiß-Erfurt. Dann kommt auch, also mit 108 Spielen. Dann kommt Platz 5. Boah, 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 boah. Jetzt kommt Karmarkstadt. Jetzt kommt Dynamo. BFC. Ah, klar, die gibt's auch noch. Ach, BFC, Dynamo. Dann kommt Dynamo Dresden irgendwann auch irgendwann. Ach, naja, gut. Da haben wir jetzt ewig nicht mehr gespielt im Pflichtspiel. Ja, und jetzt steht hier nochmal Rot-Weiß-Erfurt. Oh, Herr Hörschmann hat sich da vertan. 92. Oh, ich fechte das Ganze an. Ja, und dann kommt. Ich möchte gerne mit Willi Weber, dem Notar, sprechen. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt auf Platz 1, 2, 3 der Letzte quasi. Den erredst du nie. Niemals. Weil welche Kategorie denn? Na, die meisten Pflichtspielgegner. Also die meisten Pflichtspieler, die wir gespielt haben. Ach, die Letzten? Ja. Nicht die Letzten, sondern die meisten Spieler. Also 1, 2, 3, 4, 5, Platz 6 eigentlich. Platz, ach so, meinst du das? Hertha BSC, zweite Mannschaft. SG Motor. Gullis Nord. Richtig, 91. Boah, na gut, das ist dann halt alles Vorkriegszeit. Ah, ein toller Verein. Ja, ein toller Verein, meinetwegen, aber auch tolle Statistik, muss ich sagen. Wir können mal ein Pappquiz machen rund um den 1. FC Lok. Ja, wer hat die meisten Tore gegen unseren Verein erzielt? Ich sagte mal, die Anzahl der Tore, 21. Wie ist der Jochen Heun? Nee. Peter Ducke. Auch nicht. Letztes Mal raten? Ach man, du setzt mich da immer unter Druck. Tick, tack, tick, tack. Sag mal, ist das eher deine Zeit oder eher meine Zeit? Weder noch. Na doch, meine Zeit, ja, doch, habe ich schon noch mitgekriegt. Doch, 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 doch. Hast du schon noch mitbekommen? Also eher ausgehend deine Zeit sozusagen? Wurde letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Magdeburg geehrt und in Rostock geehrt. Ach, Sparwasser oder nee? Nee, nicht Sparwasser, in Rostock geehrt. Richtig. Streich, ja, stimmt, da, das habe ich schon mal gelesen auch, ja. Ja, 21 Tore. Gott hab ihn selig. Vielen Dank an, wieso, da lebt er noch? Nicht, Streich, er war schwer krank oder wie war das mit Streich? Na gut, weiß ich nicht. Also vielen Dank an Jens Hirschmann und das ist hier zum Schreibfehler überhaupt nicht mal gekommen. Joachim Streich ist gestorben am 16. April 2022 und zwar in Leipzig. André Göre hat das geschickt in Zusammenarbeit mit Jens Hirschmann. Gut, dass die auch Fehler machen. Danke, ihr beiden. Ja, danke, ihr beiden. Es geht gleich weiter ohne Punkt und vor allen Dingen auch ohne Komma mit dem nächsten Spieltag. Die Auflösung vom letzten Spiel machen wir nicht, weil es ist ja eigentlich Quatsch, weil es ein Spiel dazwischen war. Bist du soweit? Ja. Also, es geht los. Hat der BSC 2 gegen Lok Leipzig? 1 zu, ah, ne, darf ich ja nicht sagen, 1 zu 1, ich sage 1 zu 2. Warum darfst du das nicht sagen? Naja, weil ich sollte meinen Podcast nur unentschieden tippen. Okay. Ich weiß nicht. Schwierig, aber gut, bei Hertha haben wir eigentlich immer gut ausgesehen, aber 2-1 Sieg. Okay, Zwickau gegen Altkliniker. Och, kann ich auch sagen, ist mir egal. Ne. Ne. Auch das, das ist 1 zu 1. 1 zu 1, dann kommt Meuselwitz gegen Chemnitz. Ja, ich hoffe 0 zu 2. 0 zu 2. Warum liegt dir das Spiel vom letzten Jahr noch im Magen? Ne, 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 ich habe mit Anton Rücker einen ehemaligen Allenburger Spieler, der in Chemnitz spielt und dem gönne ich einfach, dass Chemnitz gewinnt und in Meuselwitz wird auch dem FC Allenburg helfen. Ach so, über drei Banden gedacht. Viktoria gegen Lukenwalde? 1 zu 0. 1 zu 0. Chemie Leipzig gegen Kreiswald? Oh ja, das ist eine interessante Partie. 2 zu 2. Babelsberg gegen Plauen? 1 zu 2, mal Risiko. Halleser FC gegen Allenburg? 1 zu 1. BFC Dynamo gegen Hertha 0-3? 1 zu 3. Hertha 0-3 schlägt dem BFC. Sehr gut. Und dann das Top-Spiel des Spieltages, Jena gegen Erfurt? Spielabbruch. Das ist gut. Ne, ich glaube, die gewinnen relativ hoch. 4 zu 2. 4 zu 2 gewinnt Jena? Jena. Ja, okay, 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 warte, ich muss das noch dokumentieren. Gut, eine Tabelle müssen wir dann nicht vorlesen, nur wer Erster ist und wer dann... Ne, dann lassen wir es sein, da brauche ich auch nicht dokumentieren. Dann müssen wir das auch nicht mehr machen. Ja, dann bleibt das nämlich so. So haben wir alles abgearbeitet, die Feuertunnel war wichtig, das haben wir gemacht. Darf ich dir noch von meiner neuen Freundin erzählen? Ja, ich bitte doch, du hast es mir noch gar nicht vorgestellt. Meine neue Freundin, ich war ja am Wochenende drei Tage lang für den, mein neuen Lieblingsheimat-Sender der ARD unterwegs, beruflich und durfte dort moderieren, Antenne Brandenburg, herzliche Grüße nach Berlin an den RBB. Und da war zu Gast eine junge Frau, es war Snap, war erst mal zu Gast. Snap? Snap. Ach, nicht schlecht, das war es für die 90er-Kids. Und da gab es Tumulte, weil die bloß eine halbe Stunde gesungen haben und dann habe ich gesagt, ne, was soll sie denn singen, also viel mehr als Rhythmus ist ein Tänzer, haben sie doch gar nicht. Aber das können sie gut. Das haben sie auch gut gemacht, also es war auch eine sehr gute Stimmung, es war alles toll, alles fein. Und dann am Sonntag, der Schlager-Nachmittag, von und mit Antenne Brandenburg, RBB, ja und da war eine junge Dame zu Gast, die ich jetzt doch gar nicht so richtig kannte, aber jetzt ist es meine Freundin, Anna Karina Wojciak war da und sagte das was. Nein, ich google aber mal nebenbei. Nein, du brauchst nicht, erzähl dir das. Also die einen kennen sie, weil sie ja die Ex von Herrn Brass ist, ja. Die anderen kennen sie, weil sie eben, die kommt aus einer alten Schaustellerfamilie und kann sehr gut singen und sieht gut aus. Und dann gibt es noch diejenigen, die sie kennen, weil die sich, das sind die Kulturinteressierten, die lesen Fachmagazine wie den Playboy und da hat sie sich ja in voller Schönheit präsentiert. Ist das so, ja? Ja, ja, ja. Und welche Ausgabe war das? Das kann ich dir nicht sagen, ich habe sie auch nicht gefragt danach, ich wollte eigentlich eines besorgen und mir ein Autogramm geben lassen, das habe ich mir auch nicht getraut und von daher kann ich dir das nicht sagen, aber... Hätte die Chemie sofort gestimmt, wenn du gesagt hast, ey, du bist doch die aus dem Playboy. Na, die Chemie stimmt ja, sie hat mir einen Freundschaftsantrag geschickt, was willst du denn jetzt noch mehr an Chemie? Ach, wo hat sie den hingeschickt? Na, bei Facebook. Oh, ne. Naja, ich mache sowas nicht, ich mache sowas generell, das macht man nicht. Aber hat sie gemacht und von daher könnte ich jetzt mal als ersten Post schreiben, kannst du mir nicht mal ein paar Bilder schicken, wo du nackig warst? Ja, aber ich glaube, wir driften hier in das falsche Thema ab, aber hat sie denn gut gesungen? Das ist doch das Wichtige bei Sängerin. Ja, natürlich, 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 natürlich. Tatsächlich, Anna-Karina Wojciak, ich muss mich damals, also ich kannte sie gar nicht, Schlager ist auch nicht mein Metier, da bist du ja wirklich auch eher zu Hause. Wo bist du denn nächste Woche und wen wirst du treffen? Ich werde nächste Woche wahrscheinlich die halbe Mannschaft vom FCM treffen und die Handballer aus Magdeburg, weil wir sind am Wochenende auf dem Domplatz zu Magdeburg zu Gange und da kommen die alle immer wieder vorbei und das ist immer für alle Magdeburger ein Highlight. Ah ja, schön, dann wünsche ich dir viel Spaß, Lockruf wird es am Donnerstag jetzt nicht geben, Donnerstagabend ist einfach nur vollkommen unrealistische Zeit, ich sage mal, wenn es jetzt Halle gewesen wäre oder irgendwie der BFC oder irgend so ein verkapptes Highlight meinetwegen, aber Hertha 2 zum Donnerstagabend und dann nachts irgendwann zurück. Ja, das wird auch im Fernsehen übertragen, von daher ist das jetzt nicht ganz schön. Genau, das wird im Fernsehen übertragen, auch deswegen machen wir uns da jetzt keine großen Sorgen, dass jemand unterversorgt ist und außerdem hat mir meine Footballogy-App schon zurückgemeldet, das Hertha 2 die Mannschaft ist, die ich nach dem ersten FC Lok und noch nach dem ersten FC Lok am meisten gesehen habe in meinem Leben, also von daher, puh, brauchen wir nicht. Danke fürs Zuhören, wir haben es geschafft, ein langer Podcast, es war aber auch viel zu erzählen, es gab ja auch zwei Wochen nichts zu erzählen, ne gab es schon, aber wir konnten ja nicht erzählen. In diesem Sinne, Farewell, my love. Tschüss. Lock Up, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.